Guten Abend miteinander, mein Name ist Valerie Forster und ich begrüsse Sie herzlich zum heutigen Podium zu der Begrenzungsinitiative im Namen der SVP Küsnacht. Und ich möchte ganz herzlich unsere drei Protagonisten begrüssen, Frau Manuela Moser, sie moderierte heute Abend, sie ist Redaktorin von Küsnachter, unsere Lokalzeitung und ganz besonders begrüssen möchte ich auch unseren Gast, Thomas Forer, Kantonsrat der Grünen im Bezirk Meilen. Grüezi miteinander. Und unsere Kantonsrätin Nina Vehr von der SVP Küsnacht. Grüezi miteinander. Jetzt wünsche ich Ihnen ein interessantes Podium. Es gibt zuerst das Podium und im Nachklang haben Sie dann Gelegenheit, Fragen zu stellen und klären zu lassen. Danke vielmals. Super, also ich freue mich auch sehr, dass so viele Leute die Hosen in die Arbeit. Wir haben da ein bisschen spezielle Bedingungen, sie müssen sich nicht stören, dass wir manchmal das Mikrofon abputzen und desinfizieren. Sonst kommt dann Corona-Polizei und wird uns büssen, das machen wir, aber sonst sollte alles so laufen wie immer. Wir reden heute über die Begrenzungsinitiativen. Vielleicht kurz zum Skizieren, das ist von der SVP eine lancierte Initiative, die die Zuwanderung wieder von der Schweiz selber regeln lassen möchte. Also anders sagt die Einwanderungspolitik ohne Personenfreizügigkeit. Das heisst, Menschen aus der EU und aus der EFTA-Staaten sollen nicht mehr einfach da arbeiten können. Bis dahin und falls diese Initiative angenommen wird, dann ist der Bundesrat angewiesen, innerhalb eines Jahres mit der EU-Kündigung zu verhandeln. Und wenn das nicht produktiv ist, dann soll der Vertrag einseitig gekündigt werden. Der Grund der SVP für diese Lanciering ist, dass sie sagen, dass die Duschschaffungs- und Massen-Einwanderungsinitiative, die das Volk hier vor acht respektive zwölf Jahren angenommen hat, dass sie nicht richtig umgesetzt worden ist. Die Zuwanderung von Personen aus der EU bringen zubetonierte Böden, Schulen, ÖV, die voll sind, und Wohnungen, die zu teuer werden. Das sehen wir hier eigentlich schön demonstriert auf diesen Plaketen, die hängen. Andererseits, die andere Seite ist stark vertreten, heute jetzt mit dem Herrn Foro, aber in der Schweiz sehr stark vertreten mit Bundesrat, Parlament, allen anderen grossen Parteien, unterdessen auch den grossen Verbänden, wie Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften. Und sie sagen, man hätte Angst, wenn die Personenfreizügigkeit gekündigt würde werden, dann werden alle anderen Verträge mit der EU angekündigt. Und das hätte die verheerenden Auswirkungen auf unsere Schweizer Wirtschaft. Das ist schon einmal das Thema, wie es lossiert ist. Wie gesagt, wir haben Gäste. Ich fange jetzt zu meiner Linke mit dem Herrn Foro an, Thomas Foro, von der Grünen Erlenbach, 1972 geboren, Dozent an der Uni Luzern. Bei ihm müsste auch der Doktor Titel stehen, das müssen wir uns noch entschuldigen, er würde euch auch nicht angehören. Gut, so wichtig. Auf seiner Homepage steht, dass er alte Obstsorten mag, und dass er nicht Werbung für Kinder mag. Wir reden jetzt noch darüber mit Kindern, das ist ein grosses Thema, das wir haben bei diesem Podium, was er zur Werbung mit Kindern sagt. Er ist Präsident der Grünen im Bezirk Meilen, er ist auch Fraktionspräsident im Kantonsort, wo er seit vier Jahren sitzt. Er macht sich stark bei Umwelt- und Verkehrsthemen. Privat, er ist verheiratet, hat zwei Kinder, im ähnlichen Alter wie Frau Fea Düssel, bei ihm sind sie fünf und neun. Sommerferien, das war so eine Frage, wo hat er seine Sommerferien verbracht? Wir haben alle den Corona-Sommer speziell erlebt, der Herr Forer ist im Oberengladim geblieben, also in der Schweiz. Er hat einmal vier Jahre im Ausland studiert, also mit dem Ausland hat er sehr wohl zu tun gehabt, auch dank der Personen, freizügige Kreinzeiten, er durfte dort arbeiten, Leipzig und Berlin ist das, er hat aber nie länger im Ausland gearbeitet, aber in der Familie hat er viele emigrierte, nämlich seine Urgrossmutter und Grossmutter sind aus Deutschland, und Grossmutter auf der anderen Seite ist von Italien und von seiner Frau sind die Eltern aus Finnland und aus England. Das zum Hervorrag. Dann zu den Rechten, die Frau Nina Fea Düssel. Sie ist 40-Jährig, sie ist promovierte Juristin, schafft zurzeit im Rechtsdienst von Swiss Life. Sie mag, und das steht auch wieder privat, auf ihrer Homepage Ausdauer, Sport, Literatur, Länder und Kulturen. Sie ist im Kantonsort seit fünf Jahren, sie ist Mitglied dort in der Kommission für Bildung und Kultur. Sie ist ebenfalls verheiratet, hat zwei Kinder. Die Sommerferien, das war die Frage, wieder zum Privatleben, hat sie in Italien verbracht, betont aber, dass sie es vor Corona geflüchtet hat und hat dort mit ihrer Familie den Sommer verbracht. Sie ist früher sehr rumgekommen, als Flight Attendant bei den Swissair. Viel in der Welt herumgereist, hat aber nie im Ausland gearbeitet, hat aber zwei Cousinen, die nach Neuseeland ausgewandert sind. Jetzt bleiben wir gerade bei den Kulturen. Frau Fea Düssel, die erste Frage an Sie, Sie haben viel von der Welt gesehen, Sie sind ja auch mal als Flight Attendant, Ihre Kinder gehen in die Kindergarten, in die Krippe. Was ist denn so schlimm daran, wenn viele ausländische Kinder an diesen Schulen, in diesen Institutionen sind? Was ist daran so schlecht? Ich denke, eine gewisse Mischung schadet nicht, aber es kommt dann immer auf den Prozentsatz an, auch jetzt in der Schulklasse, wie viele ausländische Kinder das dort sind. Ich denke, da in Kriessenacht zum Beispiel sind wir natürlich verwöhnt. Da haben wir jetzt mehr Wenden vielleicht Experts von gut ausgebildeten Leuten, aber das sieht natürlich nicht überall gleich aus. Und es ist einfach so, dass die Qualität der Schulen natürlich auch leidet, wenn jetzt sagen wir 80 Prozent von den Kindern ausländischer Herkunft sind und Sprache zum Beispiel nicht beherrschen. Also ich habe auch eine Lehrerin, eine Kollegin in einem Stadtkreis in Zürich, die sagt, das zu unterrichten ist extrem schwierig, weil eben einfach das Deutsch nicht einmal verstanden wird und das Niveau liegt natürlich dann da auch darunter. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Genau, das ist ein Aspekt. Aber da wollen wir jetzt noch einmal noch beleuchten von dieser Seite hervorragend. Sie haben auch Kinder in der Schule. Was ist denn bei Ihnen in der Schule ein Thema? Ausländische Kinder, ist das ein Problem? Also in Erlebach ist das überhaupt kein Problem. Ich habe noch nie gehört, dass die Durchmischung an der Schule von irgendjemandem thematisiert worden ist. Wir haben sicher auch einen grossen Anteil von Ausländern in Erlebach, wie in Küsnacht auch Leute, also Experten, sagt man denen Ausländer, die zugewandert sind. Ich selber habe Erfahrungen mit den Klassen, die jetzt gerade die Frau Düssel, also die Nina, erwähnt hat. Ich bin selber sechs Jahre lang in eine Schule gegangen, wo der Ausländeranteil 70 Prozent war, in einem Schulhaus, wo die ärmeren Leute in Düberdorf gewohnt haben. Und ich bin einfach dort eingeteilt worden. Das war aber eine gute Erfahrung. Es war eine sehr härte Erfahrung. Es war zum Teil auch eine gewaltbereite Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Aber es sind doch sehr viele Leute, auch aus meiner Schule, sind nachher weitergekommen in die Ecke, sind weitergekommen ins Gymnasium. Ich hatte zum Teil Kollegen aus dieser Klasse, in der ich noch mit ihnen studiert habe. Und von dem möchte ich einfach sagen, auch wenn man mal in einem schlimmen Schulhaus gewesen ist, wie ich gewesen bin, man kann also seinen Weg durchaus auch machen, ohne Sonderpädagogik, und was es alles damals nicht gegeben hat. Jetzt müssen wir von Anfang an aufpassen, oder wir werden über das noch reden, wenn wir jetzt sagen, ausländische Kinder bringen Probleme, das muss ja auch nicht so sein. Reden wir mal vom grösseren Thema, das die Begrenzungsinitiative herangeht, und zwar, dass eben eigentlich zu viele Leute in die Schweiz kommen wollen. Möchten denn Sie, Herr Forer, in einer 10 Millionen Schweiz leben? Ja, das ist natürlich eine gute Zahl, oder das kann man sich gut einprägen, die 10 Millionen. Ich muss natürlich sagen, die ist hoch spekulativ. Ich habe mit der Nina Fair jetzt auch schon, wann haben wir am Montag darüber gesprochen, ich habe mir sagen, wie kommen die auf diese Zahl? Wir haben momentan, haben wir ein Einwanderungssaldo, also Einwanderungssaldo, eine gewisse Menge von Menschen wandert in die Schweiz ein, eine gewisse Zahl von Menschen wandert aus, zur Zeit ist das Einwanderungssaldo etwa 40'000 Personen, plus jedes Jahr, und aus der EU 30'000 Personen, ich weiss nicht, wie wir da so schnell auf 10 Millionen kommen, wenn wir momentan eine Bevölkerung haben, von 8,5 Millionen. Also nach meinen Berechnungen geht das, mindestens 35 Jahre, das ist 10 Millionen. Also Sie sagen deshalb, wie wir falsch rechnen, als wir das Wort haben, die Frau Fairdüssel mal hört zu dem Thema. Ich darf nur sagen, es sind sehr waghalsige Schätzungen. Es sind langgerechnete Zahlen, sagen Sie jetzt, also in 35 Jahren wird die 10, waghalsige Rechnung, in 35 Jahren wird die Zahl erreicht sein. Frau Fairdüssel. Ja, das mit diesen 30'000, die Zahl stimmt natürlich nicht ganz, also ich habe mal da die ganze Statistik angeschaut, und es ist im Jahr sind es im Schnitt 50'000, es könnte sogar 50'000 bis zu 80'000 sein, also es ist eigentlich fast Stadt St. Gallen. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man genau in 12 Jahren auf die 10 Millionen. Also das sind nicht irgendwie falsche Zahlen, da wie zum Teil von der anderen Seite eben eher dann gebraucht werden. Also Zahlen sind immer so Sachen, wie auch Statistiken. Ich habe jetzt auch eine Zahl mitgebracht, also Bundesrätin Keller-Sutter hat letztendlich gesagt, das sind 32'000 momentan, wo einwandert, das ist eigentlich das Niveau von 2002. Aber Zahlen sind Zahlen, ich glaube, wir können da lange jonglieren. Gehen wir zur Kernfrage. Ist es denn wirklich zu eng in der Schweiz? Also will der Herr Forer noch mehr Leute in die Schweiz reinlassen? Oder wie sehen Sie das? Problem von dem, dass es zu eng werden könnte? Gar nicht. Nein, wir können gar nicht entscheiden, ob wir Leute in die Schweiz reinlassen wollen oder nicht. Die Initiative gibt vor, dass wir die Einwanderung jetzt selber in die Hand nehmen und uns nicht mehr diktieren von der EU. Das ist das, was gesagt wird. Aber wir haben den Vertrag ja alle miteinander gemacht. Wir haben den Vertrag mit der EU gemacht. Und da haben wir alle dazu Ja gesagt. Jetzt kann ich verstehen, wenn es Leute gibt, die diese Personenfreizügigkeit nicht mehr wollen und wieder zurück wollen zum Kontingentensystem, aber es wird nicht so sein, dass deswegen weniger Leute einwandern, sondern es wandert meistens so viele Leute ein, wie unsere Wirtschaft braucht. Das ist dann auch bei diesen Kontingenten so. Oder dann sagt uns dann die Novartis, die Credit Suisse und andere grossen Unternehmen, sagen wir brauchen so und so viel Fachkräfte, wir haben zu wenig in der Schweiz. Bitte die Kontingente aus der EU, damit die Leute können zu uns kommen, zu arbeiten. Also da zweifle ich sehr, dass wir nachher weniger Einwanderer werden haben. Wenn wir jetzt würden, die Personenfreizügigkeit kennen, was ich natürlich zu dem rate, ich übernehme. Also bleiben wir nochmal bei dem Wachstum. Wir müssen jetzt unbedingt 10 Millionen an das Wort anschauen. Sie sagen, es wird sich eigentlich so selber einpendeln. Es wird kein Wachstum geben, sondern es wird sich Wirtschaft, also wenn die Wirtschaft halt eine Nachfrage hat, wird sich das selber auf dem Niveau einpendeln, wo wir jetzt ungefähr sind. Also viel mehr Leute kommen nicht in die Schweiz. Nein, die Zuwanderung hängt sehr stark von der Konjunktur ab. Wir haben in letzter Zeit eine gute Konjunktur gehabt. Man kann auch sagen, wegen den bilateralen Verträgen hat das Wirtschaftswachstum sehr stark zugenommen in den Nullerjahren. Das Bruttoinlandprodukt ist überdurchschnittlich gestiegen in den Nullerjahren. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit den besseren Beziehungen, die wir zu Europa durch die bilateralen Verträge einrichten konnten und entwickelt haben. Gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Also insofern, wenn es uns gut geht in der Schweiz, das heisst, wenn es unserer Wirtschaft gut geht, brauchen wir mehr Leute, die da arbeiten und dann kommen auch mehr Leute. Also Frau Fia Düsle, es reguliert sich von selber. Ja, da bin ich natürlich definitiv anderer Ansicht. Also ich arbeite ja selber seit 20 Jahren in der Wirtschaft, vor allem in der Finanzbranche. Und habe dort auch schon gesehen, bei früheren Arbeitgebern beispielsweise, wie halt auch Leute, die über 50 waren, die schweizerische Arbeitnehmer dann auch entlassen worden sind und dann günstigere EU-Arbeitskräfte eingestellt worden sind. Ich kann das nicht nur einmal so sehen. Und ich finde, das ist einfach eine bedenkliche Entwicklung. Leider hat es auch im Management-Affekt viele ausländische Manager bei Grossfirmen. Und da ändert sich natürlich vielleicht dann auch die Kultur. Und was auch ist, man darf nicht vergessen, es kommen nicht nur Fachkräfte. Das sind etwa 12 Prozent, die in die Schweiz kommen, die wirklich sogenannte Fachkräfte sind. Aber es kommen halt auch sehr viele, die dann leider in die Sozialhilfe auch reinkommen und unsere Sozialwerke belastet. Das sind 6 von 10. Und es ist nach wie vor so, dass unserer Wirtschaft auch so gut geht, wie das unsere Eltern und Grosseltern natürlich auch aufgebaut haben. Das darf man nicht vergessen. Und beispielsweise bis 2007 haben wir schon mal eine Begrenzung gehabt und es hat sehr gut funktioniert. Und wir finden einfach, man muss selbstbewusst sein und einfach das auch wieder einführen, dass wir selber bestimmen können, wer in unser Land kommt. Weil wir sind ein kleines Land und unsere Infrastruktur nicht begrenzt. Ich glaube mal zu dem, das Niveau der Einwanderer ist ja eigentlich tiefer, als es war. Es ist jetzt auf dem Niveau von 2002. Gehen wir eigentlich trotzdem die Rechte richtig, 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 oder? Ja, es ist natürlich jetzt auch gerade in der letzten Zeit mit Corona, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen mit diesen Zahlen. Jetzt ist klar, sind die Zahlen natürlich runtergegangen. Aber was natürlich auch ist, was man nicht vergessen darf, ist, die Wirtschaft kann die Fachkräfte, die sie braucht, immer rekrutieren. Und das sind auch übrigens nicht nur Leute aus der EU, die wir brauchen. Jetzt gerade zum Beispiel Unternehmen, die viele Leute aus der IT rekrutieren, die sind auch mehr auf Drittstaaten angewiesen, beispielsweise aus Ländern wie Indien oder USA. Und dort hilft uns dann sowieso gar nichts mit den bilateralen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass die Unternehmen wirklich auch selber sagen können, wer das sie brauchen und das werden sie auch in Zukunft können. Und wir dürfen dann nicht vergessen, dass wir auch die Schweizer Fachkräfte müssen ausbilden, weiterbilden, gerade beispielsweise auch in der Gesundheitsbranche und mehr auch auf unsere Fachkräfte setzen. Also, der Herr Forer will unbedingt etwas sagen, und der Forer geht an Ihnen. Also, eben, alles kein Problem. Wir können auch ohne quasi Personenvereinswürdigkeit die Schweizer Firmen ihre Fachkräfte rekrutieren. Herr Forer, wäre es gar kein Problem, wenn die Zuwanderung begrenzt würde werden. Was sagen Sie? Also, wenn es nur darum geht, um das Rekrutieren von den Fachkräften, dann können wir sehr gut beim jetzigen Zustand bleiben. Ich würde sagen, für die Unternehmen macht es praktisch keinen Unterschied, ob wir Personenfreizügigkeit haben oder Kontingente. Aber es ist sehr eine einseitige Perspektive. Wir reden jetzt nur darüber, was unsere Unternehmen für Fachkräfte brauchen. Wir haben ja die Guillotine-Klausel, das ist ein Teil von den bilateralen Verträgen eins. Und wenn wir Personenfreizügigkeit kündigen, dann kündigen wir einen ganzen Strauss von anderen ganz wichtigen Verträgen. Wir werden Schwierigkeiten haben, Luftfahrtabkommen zum Wiedereisen zu machen. Das ist ganz wichtig für unseren Flughafen, für unseren Flugverkehr. Wir werden Schwierigkeiten haben, wissenschaftliche Abkommen zu machen. Jetzt haben wir einen sehr guten Austausch mit anderen europäischen Universitäten. Das bringt Know-how und Wissen in die Schweiz. Dann werden wir, was ganz zentral ist, bei den technischen Abkommen, die unseren Handel erleichtern, dass man nicht alles immer wieder von Neuem normieren muss und so weiter und sagen, ja, das Produkt entspricht dem und dem und jedes Mal eine riesige Bürokratie hat. Für das haben wir die technischen Handelsabkommen und etwa zwei Drittel von unseren KMU in der Schweiz sind exportiert nach Europa. Die Frage ist einfach, ob wir das jetzt derart erschweren wollen. Gerade nachdem Corona unsere KMU derart zugesetzt hat. Die KMU steht zum Teil unter Druck. Und jetzt, wenn wir dieser Begrenzungsinitiative zustimmen würden, dann würden wir einen Raum der Zeit, der Unsicherheit schaffen, was vor allem unseren KMU in der Schweiz würde schaden. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, um die ablehnen. Ich möchte nicht unserer Wirtschaft nochmal eins auswischen, nachdem Corona unsere Wirtschaft schon stark zugesetzt hat. Über das müssen wir jetzt sowieso reden. Das ist ein Kernpunkt. Also es wird wahrscheinlich die wichtigste Abstimmung sowieso in diesem Jahr sein für die Wirtschaft. Die Wirtschaft betrifft diese Abstimmung sehr stark. Darum machen sich auch alle, eigentlich tun sich äussern, die in der Wirtschaft irgendetwas zu sagen haben. Was auffällig war, ist, dass alle grossen Firmenchefen eigentlich gegen die Initiativen sind. Das ist eine Gründe, die wir vorher gehört haben. Sie haben Angst, sie können sonst nicht mehr ihre Fachkräfte rekrutieren. Wir müssen uns aber auch mal ansprechen, wer brauchen wir eigentlich? Wir brauchen ja auch die Leute, die die Billige Arbeit machen, die die Schweizer quasi nicht mehr machen wollen. Das sind Strassenputze. Ich denke, Sie berechnen das bis zum Beispiel jetzt. Aber man muss es auch aussprechen, es sind ja auch nicht nur Fachkräfte, die mehr Schweizer, sondern auch billige Arbeitskräfte, die eben dann die Arbeit machen, die die Schweizer nicht mehr machen. Frau Ferdüssl. Ja. Ja. Also es ist immer, wie gesagt, so, dass wir die Leute reinholen, die wir brauchen. Nach wie vor, und ich finde, es ist einfach die Angstmacherei, die hier auch von der Keller Sutter betrieben wird. Und was ich auch noch zu dem, was Thomas vorher gesagt hat, es sind 120 Erträge total. Und davon sind Maximum sieben betroffen mit dieser Guillotine-Klausel. Aber nach wie vor, wir sagen auch nicht, wir wollen diese per se einfach künden. Auch wenn es da Kündigungsinitiative, da ist wieder einfach falsch operiert worden von der Gegenseite. Wir haben ein Jahr Zeit zum Verhandeln und ich traue das doch unseren Bundesraten auch zu. Und das ist auch abgesehen davon ihren Job. Und was man auch mal sehen, ist, notfalls ist das so, dass halt, wenn man einfach ein Jahr lang nicht zu einem gemeinsamen Ende kommen würde, dass man dann halt das müsste künden. Aber da ist dann vor allem Personenfreizigkeit von Betroffenen. Und was den Handel anbelangt, also gerade das Freihandelsabkommen von 1972 ist da davon zum Beispiel genau nicht betroffen, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und all diese bilateralen Verträge über die Handelsbeziehungen. Und was man nicht dafür vergessen ist, dass die EU selber ein Rieseninteresse hat an diesen Verträgen. Ich meine, sie profitieren ja hauptsächlich davon. Und was man genannt wurde, ist von den Unis. Es gibt ja zum Beispiel das Horizon-Programm, wo ich selber auch davon profitiert habe, dass man einen Austausch machen kann im Ausland. Und die Verträge, die sind sowieso festgelegt für die nächsten Jahre und die hängen gar nicht mit diesen bilateralen zusammen. Und wir haben übrigens selber auch sehr gute Unis in der Schweiz. Wenn man das Ranking anschaut, es gibt zum Beispiel auch in Grossbritannien sehr gute Unis. Also auch da finde ich, ist sehr viel Angstmacherei dahinter. Und man hat in der Corona-Zeit gesehen, dass eigentlich jeder wirklich für sich schaut in der EU. Das ist leider so. Man hat es auch gesehen, dass es bei den Masken, die zurückgehalten worden sind, nur zum Beispiel zu nennen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die hohe Arbeitslosigkeit. Die Corona-Zeit wird noch mehr Arbeitslose bringen. Und es ist völlig legitim, wenn jedes Land das Ganze für sich schaut. Ich meine, jeder tut eigentlich begrenzen, fast jedes Land mit ein paar weniger Ausnahmen abgesehen. Jetzt brennt es da am Herrn Forer unter den Nägeln. Genau, Sie müssen etwas entgegnen zu dem Szenario, dass eigentlich Corona eher jetzt, das wäre eben noch eine Frage, Corona hat das jetzt eher eigentlich gezeigt, dass die Initiative wichtig wäre, weil jedes Land so so nur für sich schaut, falls die Krise ausbricht. Oder sehen Sie, dass anders hat Corona eher gezeigt, dass gewisse Weltprobleme halt einfach nur zusammen zu lösen sind? Wie sehen Sie das? Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass die EU auseinanderbricht in Corona. Also da muss ich jetzt sagen, es gibt ja keine Anzeichen dafür. Vielleicht haben die Polen einmal die Maske ein bisschen zurückgehalten gegenüber den Deutschen oder umgekehrt, aber das hat jetzt den supranationalen Frieden, den die EU eigentlich gebracht hat über Europa, hat es nicht gefährdet und auch die wirtschaftlichen Beziehungen nicht. Was einfach, ich möchte noch schnell sagen, also erstens mal noch zum Namen Kündigungsinitiative, das ist ja der Name, den der Herr Rösti selber ins Spiel gebracht hat. Er hat gesagt, jetzt machen wir eine Kündigungsinitiative. Wir haben das eigentlich nur aufgenommen, was ihr wollt. Wir nehmen euch beim Wort in dem Sinn. Und was jetzt noch die Verhandlung von diesen Verträgen, ob man die einfach so leichtfertig kann aufgeben und nachher sagen, ja, ja, das kriegen wir dann schon wieder hin. Wenn wir etwas nicht wollen, dann ist die Guillotine-Klausel nicht so wichtig, wir können sie dann doch irgendwie teichseln und so weiter. Also ich habe jetzt gestern noch eine Nachbarin, die eine SVP-Sympathisantin ist von mir, gesagt, ja, Thomas, du gehst jetzt halt auf das Podium, findest du denn du die Initiative gut? Und da habe ich gesagt, nein, du kennst mich ja, ich vertritte die Gegenhaltung. Und sie hat gesagt, ja, das Einzige, was sie nicht glauben, ist, dass wir so schnell werden können einen neuen Vertrag machen. Sie hat gesagt, ja, sie hat es jetzt erlebt, so einen Vertrag, mache ich jetzt beim Rahmenabkommen oder auch bei anderen Sachen, es sei immer uuuh lang gegangen bei der EU. Und zusammen mit der EU, und das glaube ich, das ist eine Erfahrung, die wir alle mitgemacht haben, oder? Es geht lang. Und ich bin nachher nachschauen, auf das, was meine Nachbarin gesagt hat. Im Schnitt geht es acht Jahre, bis wir einen Vertrag ausgehandelt hatten mit der Europäischen Union. Jetzt sagen wir einfach schnell nein, und die SVP sagt jetzt in der Initiative, ja, in einem Jahr werden wir ein neues Abkommen haben, wegen der Personenfreizügigkeit und so weiter, da können wir etwas aushandeln, oder schauen, dass die draussen ist. Ich glaube nicht, dass wir das in einem Jahr schaffen. Und dann kommt die Giotinenklausel, und dann werden wir noch einmal acht Jahre haben, im Schnitt, um die Verträge wieder herzubringen. Dann haben wir also zusammengerechnet, was die Erfahrung jetzt anbelangt, das sind politologische Untersuchungen übrigens über die Vertragsverhandlungen, wie lange sie gehen. Zusammengerechnet haben wir etwa neun Jahre Unsicherheit, wenn wir die Initiative annehmen. Und ich weiss nicht, ob das der Wirtschaft so gut tut. Die EU ist unser wichtigste Wirtschaftspartner, den wir haben. Wir exportieren am meisten in die EU, wir produzieren Ersatzteile, wir produzieren Teile für die Autoindustrie in Deutschland usw. und ich weiss nicht, ob es so gut ist, wenn wir da plötzlich die Unsicherheit herstellen. Also mit der Begrifflichkeit müssen wir eh mal noch schauen. Also eben, es ist eigentlich offiziell Begrenzungsinitiative, aber das ist richtig, dass Vertreter auch der SVP, der Herr Blocher oder wir können auch andere nennen, sie auch Kündigungsinitiative genannt haben. Und wenn man den Initiativtext anschaut, den wir ja wahrscheinlich heute alle jetzt im Briefkasten zu dieser Initiative, ist es schon so, dass wenn, also im Prinzip ist die Absicht, die Bilaterale, das heisst, das Personenfreizügigkeitsabkommen neu zu verhandeln, schlussendlich zu künden einseitig, ja, wie will man neu verhandeln? Und die Gutdienenklausel, die ist nun mal wirklich auch ein Faktum, auch das steht hier im Abstimmungsbüchlein, also wenn die Personenfreizügigkeit quasi gekündet wird, was ja eigentlich schon eben nochmal zur Begrifflichkeit das Ziel ist von dieser Begrenzungsinitiative, man will ja die Einwanderung kontrollieren, dann würden die anderen sechs Verträge, die eben für Handelsbezieher wie ich sie mit der EU eben wirklich auch betroffen sind. Wieso tut man denn das jetzt so ein bisschen schönreden, reden, Frau Feerdüsl? Ja, merci. Also schönreden tun wir das überhaupt nicht, aber wir sehen es einfach realistisch und ich finde einfach die Gegenseitemacht im Moment auch sehr auf Panikmache und das ist das mal bei der Masseninwanderungsinitiative schon genau das Gleiche gewesen und wir sind immer auch kritisch gewesen, was den EU-Beitritt anbelangt und heute sehen es ja zum Glück die meisten Leute so, damals haben sie es auch noch anders gesehen und es ist auch so, was mich immer wieder erstaunt ist, die Grünen, die sollten ja eigentlich auch für eine Begrenzungsinitiative sein, weil es geht ja letztendlich auch um das Kulturland und um die Landschaft, wo da verbaut wird und darum denke ich, im Herzen wäre es wahrscheinlich viel sogar dafür und was ich auch noch möchte sagen ist, wir haben wirklich ein Jahr Zeit zum Verhandeln und das ist wie gesagt die Aufgabe auch von diesen Handelspartnern und die EU hat sehr grosse Interessen an diesen bilateralen Beziehungen und wie gesagt, wenn es jetzt gerade wenn nochmal die Wirtschaft angesprochen wird und den Handel dann ist wirklich das Freihandelsabkommen matchentscheidend von 1972 und das ist das was eigentlich für uns wichtig ist und wir haben auch diverse Handelsbeziehungen mit den USA, mit China und so weiter also wir dürfen nicht immer noch alles auf die EU setzen und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich vor allem zu den Zahlen auch hören gerade jetzt würden wir mal je zu einer EU hören ist klar, haben die anderen ein Interesse daran wie wir ja vor allem die sind, die zahlen müssen und ich denke einfach wir dürfen ruhig auch sehen, was die anderen für einen Profit haben an diesen Beziehungen und die andere Seite die Gegenseite redet auch immer nur im Konjunktiv fällt mir auch auf oder es könnte passieren wir würden riskieren aber niemand kann wirklich das so genau sagen und darum dürfen wir ruhig als Schweizer sagen wir sind mit unserem Weg bis jetzt nicht so schlecht gefahren also kommen wir mal auf die Ängste sprechen wir haben gesagt Wirtschaft dort müssen wir sagen wir wissen wirklich nicht ganz genau wie es rauskommt eben tut es der Wirtschaft schaden tut es ihr nicht schaden tut es Selbstbewusstsein von der Schweiz stärken wenn wir selber verhandeln oder nicht tun wir uns ein anderes Thema von Ängsten ansprechen und zwar geht es genau um Kulturlandschaft um Zubetonierung um Mieten die zu hoch werden und da müssen wir vielleicht ganz kurz auf den SVP-Film zu sprechen kommen ich glaube hier drin haben den wahrscheinlich alle gesehen mit dem Mädchen die vom Land in die Stadt fährt und eben sieht was die Zustände sind um noch viel verstärkter werden können dass nämlich die Schweiz zubetoniert ist dass es keinen Platz mehr hat im Tram dass die Arbeitsstellen den Schweizer von Ausländern weggenommen werden jetzt habe ich vorhin eben es ist berechtigt zu sagen sie sind im Grünen sie wollen die Landschaft schützen immer mehr Leute würden aber kommen wenn wir das nicht begrenzen tun wenn wir da ins Land lassen eben wäre es nicht wie gemacht dass das eine Initiative für die Grünen wäre was sie unterstützen müssen ja es gibt schon grüne Bewegung die das unterstützen und das sind die Eko Popper aber die sind leider nicht bei uns in der Partei also da haben wir keine Vermischung wir sagen Ökologie lässt sich nicht über Zuwanderung steuern aber es ist auch so dass ich muss ja vielleicht ein bisschen so anfangen ich teile ja tatsächlich die Ängste die vorhanden sind und jetzt auch von der SVP thematisiert werden und von den Ängste und ich finde das auch sogar noch gut also Landschaften schützen gewisse Ortskern erhalten gewisse Ortsbilder erhalten auch unsere Arbeitsplätze erhalten kämpfen gegen Dumpinglöhne und so weiter das sind alles Anliegen die die Grünen vertraten und da muss man sagen da sind wir eigentlich sehr nahe bei euch mit diesen Anliegen oder umgekehrt muss ich vielleicht sagen wir sind froh dass ihr die Anliegen jetzt auch aufgreift in eurer Kampagne allerdings sind wir wenn wir Grünen ein bisschen selbstbestimmter sind und sagen wir nehmen die Probleme selber in die Hand wir schauen dass unsere Landschaften nicht verbaut werden wir kämpfen dafür dass unsere Löhne nicht gesenkt werden durch Dumping Konkurrenz und so weiter aber jetzt selbst verantwortlich werde jetzt komme ich gerade dazu aber wir sagen wir sagen nicht das Problem dass die Ausländer und die Zuwanderung ein Problem ist für alles sondern mehr Leute mehr Wohnungen mehr Leute mehr Trams wir haben wir haben Zweitwohnungsinitiativen lanciert wir haben Zersiedlungsinitiativen lanciert wir haben Kulturlandinitiativen lanciert das sind alles Vorstösse um zu schauen dass unsere Landschaft erhalten bleibt und unser Kulturland erhalten bleibt und so weiter die SVP hat kein einziges von diesen Anliegen unterstützt ja wieso weil man kann die Ausländer da nicht verantwortlich machen sondern wir sagen wir sind für ganz viele Sachen die uns in unserem Land vielleicht nicht passt sind wir selber verantwortlich und das müssen wir selber in die Hand nehmen also Sie haben ein wichtiges Stichwort gesagt den ich gerne hier übergebe wir können sagen Begrenzungsinitiativen heisst Kündigungsinitiativen wir können aber auch sagen nach dem Film vielleicht den man gesehen der viel Kritik anbrach hat der SVP es ist eigentlich anders gesagt sogar ein Anti-Ausländer Initiativen ja ich meine es kommt immer die Rassismuskühle auch bei dem Film und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe den Film natürlich auch geschaut und es ist ganz ein normaler Film wo sich ein bisschen Sorgen macht um die Umwelt und die Zukunft und ich sehe überhaupt keinen Rassismus in dem Film ich meine zum Beispiel auch wenn man sagt dass man da Junge instrumentalisieren also ich meine die Grünen haben da zum Beispiel Greta super gefunden dort ist es dann kein Problem und was ich noch zu sagen ist wegen Zuwanderung und grünen Anliegen ich habe gerade die letzte Studie gesehen vom Bafu vom Bundesamt dass Klimaziele eigentlich nicht erreicht worden sind in der Schweiz und zwar ist das wegen Zuwanderung das haben sie sogar explizit erwähnt dass Klimaziele wegen Zuwanderung nicht erreicht und es ist ja logisch eigentlich ein bisschen gesunder Menschenverstand wenn jedes Jahr 50'000 Leute mehr kommen oder sogar noch mehr und dann braucht es neue Strassen es braucht viel mehr Wohnraum und das automatisch natürlich Kulturland verloren geht und dass die Schweiz überbaut wird und wir sind ein kleines Land also von dem her gesehen da kann man dann auch so versuchen ein paar Blumen liegen wie auf dem Balkon die Pflanzen die Biodiversität herstellen wenn man dann trotzdem so viele Leute reinlässt weil es ist einfach so jeder zusätzliche Mensch hat wieder einen Fussabdruck und wenn uns immer angelastet wird wir machen gar nichts ich meine jetzt machen wir zum Beispiel etwas oder was auch ist wir haben so viele Bauern in unserer Partei wie keine andere Partei und wir machen einfach praktischen Umweltschutz und wir wissen wirklich auch von was wir reden ich habe z.B. selber viele Bauern in unserer Verwandtschaft und dann die Sorgen natürlich sich auch unterhalten vom Kulturland und von der Natur und von dem her gesehen ist es mir auch unverständlich dass ihr nicht mehr auch bei so einer Initiative dabei seid und ich habe einfach das Gefühl es ist leider wieder ein bisschen der Anti-SVP-Reflex der hier spielt weil im Inneren wahrscheinlich schon noch viel das Anliegen befürworten würde jetzt muss ich das Mikrofon wieder an mich reißen wir haben da ein bisschen erschwerte Bedingungen also wir bleiben aber dem Vorwurf dass die Natur und Umwelt jetzt die SVP interessiert wenn es den Ausländer schuld geben dass die Schweiz zubetoniert wird wir dürfen das schon noch mal fundiert anschauen von dieser Seite jetzt von hervorher würden Sie denn unterstreichen dass die Initiative eigentlich eine Anti-Ausländer-Initiative ist könnte man sie auch so nennen Nein ich würde also ich bin zum Beispiel weit davon weg jetzt da irgendwie Rassismus vorzuwerfen oder so ich finde das völlig falsch oder ich habe nicht das Gefühl es ist eine Anti-Ausländer-Initiative ich habe nicht das Gefühl ich habe nicht das Gefühl es ist eine Anti-Ausländer-Initiative und ich habe nicht das Gefühl da ist jetzt Rassismus im Spiel oder so also das möchte ich als Gegner der Initiative eigentlich verneinen und mit der Initiative geht es darum dass wir unsere ausserpolitischen Beziehungen mit Europa aufs Spiel setzen und dass wir einen Bruch provozieren mit dieser Initiative das ist das was nachher uns blüht und das hat dann ganz viele Konsequenzen wir machen es jetzt einfach über Personenfreizügigkeit wir können jetzt aber auch ein Luftfahrtabkommen machen oder irgendetwas von der bilateralen EIS das wir einfach einseitig auflösen jetzt nochmal zurück zu dem Film ich habe auch kein Problem ich muss ehrlich sagen ich finde nicht ich teile nicht die Kritik dass wenn man ein Mädchen in dem Film hat dass jetzt die irgendwie als Kind instrumentalisiert wird für politische Anliegen nein ich finde sogar die Figur finde ich sogar noch gelungen ich muss sagen ein Kind hat eine Zukunft und die SVP fragt jetzt mit dem Film was können wir für eine Zukunft in diesem Land wenn wir jetzt nicht die Begrenzungsinitiativen annehmen jetzt was mich ein bisschen stört ist eher an der Sache kann denn das Mädchen abstimmen nein hätte das Mädchen abstimmen über die Zersiedlungsinitiativen hätte es abstimmen über die Kulturlandinitiative was eigentlich in dem Film passiert ist eine Art wie eine Entmündigung es gibt höhere Gewalten wie Zuwanderung es gibt höhere Gewalten wie Leute die Verbrechen begehen und andere Sachen und die bedrohen uns und jetzt müssen wir hier einen Riegel schieben ich glaube aber wir können in unserem Land sehr viel selber in die Hände nehmen wir können andere Gesetze machen wir können die Polizei dazu anhalten gewisse Verbrechen besser zu handeln und so weiter wir haben es eigentlich in der Hand und wir müssen uns gar nicht abhängig machen von diesen Einwanderern so wie es die SVP macht wir haben eigentlich alles in der Hand und wir müssen das machen was wir für richtig befinden und das Mädchen kann sie eben nicht weil sie ist noch zu jung sie kann nicht politisch entscheiden darum finde ich das Mädchen nicht so gut und das stört sie nicht also was gesagt worden ist ist zum Beispiel dass wenn die Stimme im Offen der Mädchen ist und sie spricht von Räuber und von Kriminellen dass dann immer man sieht dann Schwarze man sieht dann Ausländer das hat sie nicht gestossen das ist nicht so glücklich gewählt also ich finde jetzt auch dunkelhütige Menschen assoziiere ich ja nicht mit der EU in erster Linie oder die würde ich jetzt mit Afrika assoziieren das ist ein bisschen unglücklich weil die Begrenzungsinitiative die betrifft jetzt so ein Verhältnis zur EU und von dem ist das nicht so gut gemacht aber ich habe jetzt da nicht gefunden wir müssen jetzt aufschreien wegen dem also lassen wir den Film noch auf der Seite hat sicher die nötige oder die gewünschte Diskussion gebracht das ist klar wir können auch lange über den Film reden reden wir lieber noch mal über den Kern der Initiative und zwar muss man ja zurückkommen also warum ist die überhaupt lanciert worden von der SVP und da möchte ich noch mal den Herr Forer ansprechen wir haben sie in der Hand zum selber etwas machen also das Volk das Stimmvolk hat es eigentlich die Masseneinwanderungsinitiative 2014 knapp zwar aber angenommen also man hat dort schon Ängste geäussert dass zu viele Leute in die Schweiz kommen der Volkswille war man will eine gewisse Regulierung machen man will das der Schweiz in die Hand geben um zu sagen Stopp warum das jetzt eigentlich die Begrenzungsinitiative sechs Jahre später kommt hat ja genau dort drin gefusst dass man gesagt hat aus SVP-Kreisen also wir müssen das Problem nochmal an den Wurzeln packen es ist nämlich politisch nichts passiert das Volk hat zwar die Ängste geäussert und dazu mal die Masseneinwanderungsinitiative auch angenommen aber Begrenzungszahlen zum Beispiel hat es nicht gegeben im Zug dieser Initiative und darum kommt jetzt nochmal eine zweite Initiative eben eigentlich auch aus dem Grund weil die Ängste eben nicht aufgenommen worden sind und man hat politisch wirklich nichts gemacht so wie wir es jetzt sagen wir haben sie in der Hand Herr Forer ist einfach das jetzt verschlafen worden oder hat die Politik tatsächlich den Volkswieler nicht umgesetzt Ja es wäre eigentlich nötig gewesen bei der Masseneinwanderungsinitiative die wir mit den Linksparteien ich rede es mal für alle verloren haben und das ist für uns auch ein grosser Schlag gewesen muss ich sagen der Verlust die Niederlage das Problem ist einfach dass man ja nicht einfach kann einseitig bestimmen wenn man einen Vertrag hat sondern es müssen beide Vertragspartner nachher einverstanden sein dass man zum Beispiel Obergrenzen für die Einwanderung einführt und das ist halt einfach nicht vorgesehen gewesen in der Personenfreizügigkeit jetzt aus demokratiepolitischer Sicht finde ich natürlich das ist problematisch wenn man solche Initiativen nicht umsetzt wir Grünen wir waffeln auch wenn unsere Initiativen nicht umgesetzt werden aber unser Verhältnis zur EU wäre eine Katastrophe worden und das ist nicht Teil eigentlich gewesen von dieser Initiative wir haben über eine Deckung von der Einwanderung gesprochen wir haben aber nicht darüber abgestimmt ob wir unsere Verträge in Gefahr bringen also wir haben vielleicht über das Ziel ein bisschen geschossen aber vielleicht auch die Richtige stehen das kennen Sie zu es ist eigentlich zu wenig politisch gemacht worden im Zug dieser Annahme dieser Initiative vielleicht muss ich mir auch Frau Fea Düssel dazu sagen das ist eigentlich der Frust der den Boden für die Begrenzungsinitiative genau das ist sicher der Fall ich meine dass das 2014 vom Volk angekommen wurde die Masseninwanderungsinitiative und die ist einfach nicht umgesetzt worden das ist natürlich für uns ist jetzt die Begrenzungsinitiative schon natürlich eine Antwort auf das und ich denke viele aus dem Volk sagen sich auch Volksentscheide werden einfach nicht umgesetzt vom Bundesrat und ich verstehe den Frust auch sehr und übrigens zum sagen wegen der EU ich habe Bekannte viele auch in Deutschland oder in Österreich und wenn ich mit denen über das Thema rede dann sagen eigentlich praktisch alle sind froh sind ja nicht in der EU und stimmen da wirklich ja und so ja aber es geht wir sind nicht in der EU wenn man anschaut wie viel bei gewissen Delikten wie hoch dass der Ausländeranteil ist und das sind einfach nur Fakten das hat auch nichts mit Franzismus zu tun dann sind einfach je nach Delikt sind es 6 von 10 oder 7 von 10 sind Ausländer das ist jetzt einfach nun mal so von den Täter und ja ich denke einfach auch Frau Keller-Sutter operiert mit falschen Zahlen und macht auch ein bisschen Panik wie es damals Bundesratsdebakel von 2014 will verhindern dieses Mal und er tut ja sehr geschlossen auftreten inklusive dem SVP-Bundesrat Guy Palme-Balain der ja auch eigentlich sich geäussert hat überhaupt habe ich schon gesagt alle Wirtschaftsleute inklusive Peter Spurler ja auch ein Parteikollege also die Marschrichtung ist mal ziemlich stark gegen diese Initiative wir wollen das Debakel 2014 verhindern aber was ist der Puls der Bevölkerung ich meine es kann immer umschlagen es kann immer ganz anders ausgerufen ich habe die neuesten Zahlen von Umfragen mal noch mitgebracht das ist eine die Mitte August gemacht worden ist die sagt dass zum jetzigen Zeitpunkt wenn wir heute abstimmen 56% der Schweizer würden Nein sagen 41% Ja wobei man muss sagen eine Stadt-Land-Graben ganz ganz ersichtlich ist also die Städter sagen ganz deutlich weniger Ja zu dieser Initiative und auf dem Land hat es also eine Mehrheit aber das Volk wird de facto bleiben was denken Sie wie ist die Stimmung im Volk vielleicht wieder gefragt hat Corona etwas verändert oder was denken Sie hat die Swissness die neue vielleicht die neue die neue hat die vielleicht sogar in die Hand gespielt die neue Initiative die neue ist ich finde die Prognose schwierig klar ich finde die Befürworter der Initiative legen sich momentan sehr gut ins Zeug sie haben eigentlich auch eine gute Kampagne rein objektiv gesehen ich finde sie inhaltlich natürlich nicht gut aber die Kampagne ist stark das muss ich sagen ich finde auch dass die Gegenkampagne noch etwas stärker sein also es kann gut sein dass es noch etwas mehr bewegt richtigen ein Resultat wo so etwas um die zwischen 45 und 55 Prozent umeinander schwankt aber so eindeutig wie das wie heisst der Jean äh jetzt habe ich jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr der Spula nein der Langean ja Entschuldigung der Claude Langean sagt das glaube ich nicht es gibt einen Wechsel er hat ja der Fall ich glaube wir können ohne Mikrofon es gibt es doch gar nicht mehr oder hört man uns auch ohne Mikrofon aber es ist jetzt also ich es tut nicht so viel zu Sache das Orakel das sehen wir dann nein was wir können sagen ist das Debakel von 2014 dazumals ist die SVP ich sage jetzt noch ein paar Stichworte dazumals ist die SVP stärker aufgestellt als heute heute sind sie ja eher sicher auf dem schwenkenden Kurs haben da gerade neue jetzt müssen den Präsident wählen wo es schwierig war wir können sagen die Situation durch Corona hat sich auch noch verändert und die Frage ist in welche Richtung ist man mehr auf das Business ist man mehr auf die Schweiz begrenzt oder sagt man mehr also eine Krise zeigt die Welt wir zusammenheben wie hat sich das Klima verändert weil 2014 also Debakel für die einen natürlich für die anderen ist es ein grossartiger Erfolg aber wie hat sich vielleicht nochmal die Situation lässt sich vergleichen zu 2014 dazumals ist die SVP sehr stark war dazumals hat man zu wenig auch gegen die Initiative gemacht darum machen wir jetzt auch viel mehr der Bundesrat ist sehr präsent nur wenn man sich vergleichen das Klima 2014 und jetzt 2020 was denken Sie ist da eine andere Brühe am Laufen oder oder lässt sich das vergleichen Nein es sind Unterschiede also einerseits ist der Unterschied dass die Zuwanderung damals viel höher war eben das sind die 80'000 die Nina vorhin gesagt hat die sind kurz vorhin stattgefunden wir hatten tatsächlich so ein höheres Einwanderungssaldo gehabt jetzt ist es bei 40 wir sind also bei der Hälfte man könnte sagen da hat sich das ein bisschen eingehandelt und normalisiert das heisst wir sind wieder auf dem Niveau von 2002 angekommen und das ist 2019 ohne Corona was umgekehrt ist ich glaube die Gegner der Initiativen sind auch nicht mehr so alarmiert wie nach der Masseneinwanderungsinitiative ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr Widerstand von unserer Seite her und ich denke die SVP ist wieder sehr gut aufgestellt also im Wahlkampf aber das Wissen glaube ich tut nichts zur Sache also wenn ich jetzt wirklich sage ich liebe mein Land und ich liebe das Land ja auch genauso wie Sie das machen dann würde ich sagen ich möchte einfach unserer Wirtschaft nicht schaden und ich möchte auch der Wissenschaft ich bin ja selber Wissenschaftler ich habe erfahren was passiert ist nach der Masseneinwanderungsinitiative da habe ich nämlich für unsere Studenten in Luzern alles neue Programme machen weil Erasmus nicht mehr verlängert worden ist es ist nachher neu eingerichtet worden und der Effekt ist gewesen dass wir sowohl für die Erasmus-Studenten die hierher gekommen sind gezahlt haben und für unsere die ins Ausland gegangen sind gezahlt haben also wir haben für beide bezahlen dann ist die EU bereit die Verträge aufrechtzuerhalten und das ist eigentlich nicht so gut wir haben damals schon verloren an der Uni dann haben wir ganz wichtige Kooperationen verloren wir haben uns nicht mehr bewerben für gewisse Stipendien und Sachen wir sind wie wie soll ich sagen mit einem halben Fuss sind wir aus einem europäischen Wissenschaftskuchen sind wir rausgekriegt das ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt darum macht sich auch im Prinzip die Pharma- und Chemieindustrie sehr stark jetzt auch gegen die Initiative man sagt ja eigentlich die Innovationskraft der Schweiz sie ist gut aufgestellt aber sie ist ganz stark abpunden an die Personenfreizügigkeit also damit wir Innovation haben brauchen wir die Personenfreizügigkeit und davor hat es schön geschildert im Alltag der Uni wie er das erlebt hat wenn da eben quasi eine Bremse gezogen wird wie sehen Sie das Frau Feerdüsl natürlich ist die Wirtschaft und der Forschungsstandort Schweiz wichtig und ich glaube das Beispiel von Thomas Forer hat ja eigentlich genau gezeigt dass selbst damals wo wirklich alles auf der Kippe war war hat man einen Weg gefunden du hast das jetzt gerade schön illustriert wartet Sie der Forer sagt nein nein das habe ich jetzt ja gerade gesagt das ist sehr schwierig die hintere Möglichkeiten gefunden und was ich auch noch sagen ist es gibt es gibt beispielsweise Professor Janssen Professor für Finance und Banking der sich ganz stark für Begrenzungsinitiative einsetzt trotz seiner Funktion die er hat und es gibt diverse Personen die einfach sagen wir müssen auch nicht immer Angst haben wir haben einen sehr wichtigen Wirtschaftsstandort selber in der Schweiz einen Forschungsstandort und unsere Start-up Szene ist einzigartig und gerade zum das mal sagen also ich denke was noch vorne benannt wurde ist mit dem Corona ich glaube das hat eher noch sogar eben einen positiven Effekt auf unsere Zahlen weil viele sich wirklich auf das Wissen auch ein bisschen berufen haben in dieser Zeit und gesagt haben ja in der Krise verhebt es eben leider nicht also man hat gesehen dass die EU-Vereinbarungen zum Teil wertlos sind wenn es darauf ankommt zum Beispiel wenn man die medizinischen Hilfsmittel anschaut und dass eben die Verträge dann genau nicht verhebt und die Abhängigkeit vom Ausland einfach heikel ist ich glaube da hat die Corona-Krise etwas aufgezeigt weil das ist wirklich eine interessante Frage Corona also weil der Bundesrat tut ja eine andere Linie vertreten und zwar sagt er man darf in Zeiten von Corona also von unsicheren Zeiten nicht noch weiter unsere Wirtschaft gefährden und man würde diese Wirtschaft gefährden wenn man diese Verträge mit der EU gefördert und das mag es genau wegen Corona eben gar nicht leiden zur Zeit ja eben ich vertreten wie gesagt eine andere Ansicht und ich weiss auch von vielen Grossunternehmer die sagen Fachkräfte aus der EU hätten sowieso genug sie brauchen eher Leute aus Drittstaaten und dort ist es extrem schwierig um jemanden anzustellen und man muss ganz viel an Prozesse durchlaufen und so und sie wären eher dort froh sie hätten eine gewisse Erleichterung aber nicht aus der EU und mit Personenfreizigerkeit das läuft sowieso und auf das ist mir nicht einmal angewiesen ich habe es vorhin schon erwähnt nur 12% von den Zuwanderern total sind wirklich so Fachkräfte und nur 20% von den Zuwanderern besetzen eine Stelle die nicht von der Schweiz besetzt werden da gibt es auch Erhebungen dazu also warum ist der ekonomisch Arbeitsgeberverband Gewerkschaften also eigentlich geschlossen ist die Wirtschaft gegen die Initiativen ich glaube einfach weil gerade jetzt auch unser Bundesrat Winnetzer Keller Sutter da wirklich auch Angst macht und zum Teil mit falschen Zahlen operiert und weil viele Leute sagen ich bin ganz auf der vorsichtigen Scheine ich sehe zwar trotzdem was das alles für Nachteile bringt die Zuwanderung dass unsere soziale überlastet sind dass die Landschaft verbaut wird dass die Leute von unseren eigenen auf die Strasse gestellt werden im Arbeitsprozess das sehen sie vielleicht schon ein aber sie lassen sich dann halt gleich einlullen von den Wirtschaftsverbänden die auch von dem Ganzen sehr profitieren und es wird wirklich der Gegenseite auch mit falschen Zahlen operiert und eben die Stimmung mache halt die Panik mache wo ich auch sehr schade finde wo ich das Gefühl habe das ist jedes Mal bei all den Abstimmungen der Fall auch damals bei den Massen Einwanderern Wenn man vor ein Wort geben die Wirtschaft ist dagegen aber macht Panik oder wie sehen sie das Ich muss jetzt zum Schluss doch noch ein bisschen stimmig machen also einerseits dir sind die Landschaften so wichtig hast du eine von den drei Initiativen unterstützt die es um den Schutz der Landschaften in der Schweiz ich nehme es nicht an deshalb pernetum kann ich es nicht ganz abnehmen was du sagst dass es jetzt wirklich um die Landschaften geht mir geht es tatsächlich um die Landschaften und ich sage mit dieser Initiativen werden unsere Landschaften gar nicht geschützt weil es kommen am Schluss gleich viele Leute sie kommen einfach über Kontingente jetzt hast du gesagt voran ja die Unternehmen haben das Problem wie sie wollen ihre Leute aus Drittstaaten wie funktioniert es jetzt bei den Drittstaaten funktioniert es ja mit Kontingent dann hast du gesagt ja das sei aber ein Problem sie möchten dort mehr Lockerungen jetzt wollen für die EU auch Kontingente einführen dann die Bürokratie und die Administration eben Spruch in der Argumentation hinweisen und das deutet mir auch ein bisschen darauf hin dass es halt und ich muss jetzt doch deutlich sagen dass die Initiative ein bisschen ein Pfusch ist ich verstehe aber die Motivation nach der Masseneinwanderungs Initiative die nicht umgesetzt wurde ist wie wir in der Schweiz eigentlich demokratisch miteinander umgehen verstehe ich den Frust und verstehe auch dass man nachher so eine Initiative eingereicht haben aber dieser Initiative merkt man den Frust zu frisch an wo ist der Frust genau dass man argumentiert mit Ausländern die Nina hat vorhin Kriminalität ist viel gebracht man weiss wenn man die Zahlen anschaut dass die EU Bürger bei uns nicht die Kriminellen sind wenn wir schon will auf Nationalität runterbrechen aber das geht ja und in dieser Initiative geht es um die EU also Kolumnen im Kopf ich habe Kolumnen im Kopf und sagen Territreer sind sehr kriminellen in der Schweiz das wäre das Argument aber nicht die EU Bürger das Argument es kommt sehr darauf Delikten an wenn man es genau anschauen muss jedes Delikt anschauen Gewalt Delikt ist ein grosser Teil aus dem Balkan aber das muss je nach Delikt anschauen aber was eben das habe ich gesagt aber was auch nicht vergessen ist dass viele Ausländer auch im AHV Alter zum Beispiel Ergänzungsleistungen beziehen und wir haben jetzt schon ein Problem in unserer AHV und vorhin hast du ja gerade gesagt Thomas dass es über Kontingente genauso viele Leute reinkommen und dass es gar kein Problem ist also hast du uns zugespielten Ball weil du gesagt es ist gar nicht so Problem nehmen wir jetzt mal an worst case man müsste kündigen die Abkommen dass das eigentlich da wegen dem das ist worst case ich nehme dich beim Wort nicht ich nehm dich beim Wort ja ich sehe es auch so das wäre der Pusche der man gerade angesprochen hat oder der initiativ machen nicht klar ist will man kündigen neue komplizierte verträge machen also der Pusche wäre ein Hauptargument von die Leute mit dem Kontingentsystem genauso inholen und dass er gar nicht so Probleme sieht eigentlich für die Unternehmen und die Meinung teile ich absolut und dann kommt noch dazu dass natürlich du hast schon gesagt es gibt Probleme das hast du ja vor entschuldigt gesagt du musst dich beim Wort die Leute über 50 das ist einfach ein Fakt dass die zu teuer werden dass viele Unternehmer gerade grosse Unternehmen kündigen und Falsche Richtige meiner Meinung nach dann haben die Unternehmen auch mehr Legitimation um jemanden auf die Strasse zu stellen weil er kommt eine Entlassungsrente rüber und da kann man natürlich eine EU Arbeitskraft einstellen wo man 10-20% weniger Lohn zahlen und das ist wirklich eine Entwicklung die mir Angst macht und ich glaube wir dürfen unseren Wohlstand nicht aufs Spiel setzen wo unsere Vorfahren erarbeitet haben und ich muss ehrlich sagen es gibt so viele Aspekte die hineinfließen wir haben verschiedene Punkte rausgepickt aber die machen mir Sorgen die Entlassungsrente wir nicht mehr ansprechen das ist wirklich ein eigenes Thema aber vielleicht noch einen Grundsatz zum Schluss und dann kommen wir zu der Frage des Publikums Ich lasse Nino ein Schlusswort Beide haben Schlusswort vielleicht noch am Schluss ein Gedanke etwas Neues aufbringt und zwar könnte man sagen die Initiative dazu beitragen dass die Schweiz sich weiter abschottet und das Image der Schweiz wollen wir nicht weiter in Europa als Insel also mal die Abschottungsangst dass die Schweiz sich oft katapultiert das könnte man sagen mit dieser Initiative sich weiter auf wie einen Igel zukapselt und eigenen Weg geht und sich abschottet von Europa Frau Sie gesehen ist die Gefahr gar nicht Nein also ich keine Angst Ich habe viele Bekannte in EU Staaten und niemand hat mir bis jetzt gesagt wir abschotten und unsere Beziehung aufs Spiel setzen im Gegenteil Ich bekomme immer Inputs über Leute die sagen Erfolgsmodell unsere Neutralität und unsere direkte Demokratie und das macht uns aus und man hat es gerade gesehen in der Corona Krise dass man auch für sich selber schauen weil es sonst nicht funktioniert und das System kollabiert Aber eine Umfrage von der Schweiz am Wochenende habe ich gelesen bei allen grossen Wirtschaftsführern von UBS zu Novartis sind gegen die Begrenzungsinitiative aus dem Grund weil man keinen Brauch mit Europa eingelassen Der Verwaltungsgerass der Swisslife ist der Einzige der sich nicht geäussert bei der Umfrage hat sich zurückgehalten aber sonst alle grossen Wirtschaftsführer sind genau aus dem Grund weil sie brechen mit Europa gegen die Initiativen Ja eben wie gesagt ein Verbruch kann meiner Verachtung keine Rede sein weil an diesen Verhandlungen hat die EU mindestens so viele Interesse wie mir und wie gesagt sind auch Nachverhandlungen möglich und sogar vorgesehen und ich sehe einfach das Angstszenario nicht so ganz was man jedes Mal bringt von der Gegenseite her Ich habe sogar eher das Gefühl viele Wirtschaftsverbände schliessen sich einfach der Gegenmeinung an weil sie das Gefühl haben wir nicht im gleichen Lager sein wie die SVP als einzige und wie der Anti SVP Reflex spielt und gewisse haben vielleicht noch persönliche Interessen wie sie in einer internationalen Unternehmung sind wo extrem auf die EU Fachkräfte angewiesen sind und sich da von unserer Partei abspalten aber das Gegenseite kommt immer nur mit dem Konjunktiv Die letzte Frage Sie haben vor den Kopf gefühlt aber die Sorge um den Bruch mit Europa haben Sie gesagt das ist Ihnen eine Sorge ist auch berechtigt von der Seite her der Bruch mit Europa ist das etwas was Sie beschäftigen würden Sie das befürchten wenn die Initiative angenommen wird Ich persönlich würde es ganz schlimm finden wenn wir uns weiter von Europa Zustand in der Zusammenarbeit mit Europa die sehr gut funktioniert Ich verstehe aber auch dass es immer Probleme gibt und die Probleme müssen wir angehen und über die Probleme müssen wir miteinander reden Nina du holst deine Meinungen über die Schweizer Demokratie in Europa ab das ist für mich symptomatisch dass du auf Europa gehst und hören was sie sagen Europäer und unsere Nachbarn in deine Argumentation einbeziehen Ich denke das sollte in ganz vielen Bereichen so sein wir müssen nicht uns wehren gegen die Europäer sondern wir müssen mit ihnen zusammen arbeiten und das Gleiche ist auch zwischen den Parteien würde ich sagen das ist mir immer eine Anleger darum rede ich auch immer wieder mit Martin Hübscher und Fraktionspräsidenten der SVP dass wir in der Landwirtschaft zusammen weiter kommen die grünen und SVP dass wir im Landschaftsschutz Ich will das schnell ausführen die Anliegen die wir formulieren im Landschaftsschutz zu Betonierung der Schweiz dass wir überall Strassen herbauen wo wir sie nicht wollen usw. das sind auch Anliegen von uns und ich denke wir sollten viel mehr zusammen schaffen wir sollten gegenseitig ernst anliegen und die Anliegen bewerkstelligen das ist eigentlich noch ein konstruktiver Vorschlag von Frau Düssel wir müssen Frau Düssel noch etwas dazu sagen oder unser Verhältnis zur EU und zur Umgebung und ausserpolitische Beziehung die müssen wir nicht aufs Spiel setzen um diese Probleme lösen sondern die Probleme lösen also das Kernthema hätte das würde Sie schon so sehen oder ich kann das nur unterstützen ich denke es ist wichtig dass wir zusammen arbeiten und das machen wir ja teilweise im Kantonsrat und wir haben sicher auch übereinstimmige gerade jetzt mit unseren Bauern beispielsweise bei gewissen Anliegen aber was wir sehen die Leute die 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 im Ausland leben sondern mehr Leute die da sind und sich erfolgreich integriert haben die das ist einfach mal ein Fakt und ich finde wir sollten keine Angst haben und unser sogenannte Sonderfall Schweiz mit dem sind wir immer gut gefahren aber ich unterstütze das dass wir zusammen arbeiten und darum habe ich eingangs gesagt dass ich gehofft hätte dass die Grünen auch für eine Initiative wäre aus erwähnten Gründen und Thomas vorher hat gewisse Sympathien geäussert Ich schon erfahre warum dass man alle ganz deutlich verstehen wir sind die Grünen nicht für die Initiative wenn sie ja gegen die betonierung auch wären die probleme die svp zum glück anspricht die kann man mit dieser initiative nicht lösen sie werden nicht weniger zuwanderung haben und wir richten an wir risiken ein und ich will da gar nicht angst machen ich spreche nicht im konjunktiv sondern ich muss sagen ihr wisst auch nicht was passiert die sagen es einfach wenn wir schauen wie schwierig für england es ist um aus der EU aussteigen und nicht einen kalten brexit zu machen da sind schon jahre dran und jetzt glaubt ihr ein grund abkommen das von personenfreizügigkeit das glaub ich einfach nicht gut über das haben wir geredet dass das länger ist als das eigentlich ist ich lasse den beiden noch ein schlusswort nochmal für ihre position dass wir wieder differenzieren nachdem wir eine kleine Ahnung haben für die Landschaft ich möchte kurz zusammenfassen wir denken wir die ängste schon ernst nehmen aber ängste sind auf beiden seiten da ich kann mich überleiten die begrenzungsinitiative ist für die einen die angst dass es zu eng wird dass wir zu viel sind dass wir begrenzt in der schweiz leben für die anderen sind aber genauso eng gestehen hat auch mit begrenzungen zu und zwar begrenzen wir unsere wirtschaft unseren wohlstand begrenzen in dem sien kann man wirklich einen nennen finden es sind auf beiden seiten berechtig die engste begrenzungen könnte man fast philosophisch bedeuten ich möchte beiden noch ein schlusswort gewähren wir haben abgemacht dass beide noch eine minute noch mal ihre kernmeinung dürfen sagen und ich stoppe das ab also wenn es über eine minute ist ist einfach stopp damit sie noch hören was die position ist und nach dem schluss wort von den beiden teilnehmer möchte ich das Podium öffnen und möchte fragen noch aufnehmen wo sie alle falls haben jetzt machen wir das mal ladies first und ich sage go ich finde wir dürfen selbstbewusster auftreten und es gibt kein land wo die zuwanderung nicht selber steuert jedes jahr kommt eine stadt st galen in die schweiz mit allen negativen konsequenzen wie zum beispiel dass unsere sozialwerke überlastet sind dass wir wegen arbeitslosigkeit steigende zahlen werden haben dass die landschaft verbaut wird und ich möchte das verhindern und die begrenzung mit der begrenzung wieder selber in die hand nehmen wer zu uns kommt und von den 120 abkommen sind wie gesagt nur sieben wo neu müssten schlimmsten falls verhandelt werden da ist das freihandelsabkommen sowieso nicht betroffen und wie erwähnt haben würden wir sogar unsere klimaziele erreichen ohne zuwanderung und für mich ist es wichtig dass wir wieder selber bestimmen wer wir im land haben und das hat mit Rassismus gar nichts zu tun sondern damit dass ich in zehn jahren nicht zehn Millionen Schweizer in unserem Klingenland stopp und das ist perfekt das ist genau wie die sind ab vor gut machen ich darf aber auch so gut machen jetzt mache ich noch nervös nein sie dürfen gehen das positive an der initiative ist dass die SVP sagt welche Probleme wir in dem Land haben insbesondere eben auch nicht nur mit der Zuwanderung sondern das ist ein Problem das ihr seht sondern wir haben ganz viele andere Probleme und die haben ihr mit dieser Initiative benannt jetzt der Fehler ist dass man das alles auf Zuwanderung abstellt dass man sagt die Wanderung ist die Ursache für das Problem für das Problem für das Problem ich glaube da nehmen wir uns ganz viele Handlungsoptionen aus der Hand geben wir die Sachen schenkt wir werden einfach eine andere Form Zuwanderung haben die Kontingente und das wird unter Umstunden genau gleich viel sein wie vor also ich glaube am Schluss rennen wir da einfach gegen eine Wand es bringt gar nichts es zu wenig ausgearbeitet die Initiative es ist zu wenig durchdacht und sie bringt unsere Wirtschaft tatsächlich in eine unsichere Situation und die vermeiden super also auch fast perfekt danke viel Frage ins Publikum genau wirklich Applaus vielleicht wäre eine Frage hätte gerne aufstehen und laut und deutlich sagen was die Frage ist gerne ja der Herr da vielen Dank für die interessante Diskussion ich habe mich einfach gefragt ob die Tatsache nicht zu gut gekommen ist dass erstens mal die Personenbeziehung sehr marktwirtschaftliche Lösung ist und in Europa selber auch sehr umstritten ist politisch also ich kenne viele Leute aus Europa die sagen wenn sie nur können über so etwas abstimmen sie würden sofort das abschaffen weil es einfach sehr unsozial ist also es hat sehr sozial negative Konsequenzen das wird immer wieder diskutiert in der EU also im Fernsehen usw. also unsozial noch schnell weil es einfach zu Migrationsflüssen führen die unvorteilhaft sind zum Beispiel Rumänien die keine Ärzte mehr hat und Fachkräftemangel und in anderen Ländern einfach weil es mehr Lohn gibt und Zuwanderung und das andere ist auch es ist ganz klar warum dass jetzt bei uns die Unternehmer dagegen sind weil für sie ist das wie das Eldorado eine Freizeit Keinslösung und die müssen sich immer weniger kümmern um die hiesigen Arbeitnehmer also die ziehen sich immer wieder zurück mehr zurück aus der Verantwortung und können aus dem Punkt einfach sich bedienen Beide Fragen werden hervorher oder Ja ich freue mich warum das politische Lenkiparteien das nie in Spiel bringen Ja danke für mal das ist eine wichtige Frage dass man sich Sorgen macht um also das ist eine sehr soziale Frage die sie gestellt haben wenn ich das richtig verstanden habe oder sagen wir zum Beispiel und das schreiben sie auch im Argumentarium für die Initiativen unsere Wohnungspreise werden immer teurer und durch die Zuwanderung steigt natürlich der Druck auf die Wohnungen und Preise gehen hoch das ist ein Argument ich glaube aber nicht wenn man jetzt statt 50.000 Zuwanderung pro Jahr 30.000 hätten glauben sie wirklich unsere Wohnungspreise würden sinken also in der Theorie schon aber in der Praxis glaube ich nicht es gibt so viele andere Faktoren die unsere Wohnungspreise auftreiben das glaube ich nicht dass es mit dem zu tun es sind ganz viele Sachen aber es sind wichtige Themen wir müssen schauen dass wir keine Dumpinglöhne haben das müssen wir tatsächlich aber verhindern wir dass die zuwanderung zuwanderung etwas verändern dass man über Kontingente macht und nicht Personen freizügigkeit das sind Fragen die ich habe ich bin nicht sicher ob man wirklich eine Änderung anbringt mit dem ich denke es führt dazu dass sich die Unternehmung immer weniger verantwortlich fühlen für die hiesigen Angestellten sprich dass sie investieren in die Ausbildung sehr viel einfacher es ist wahnsinnig einfacher im Moment für ein Unternehmen zu sagen hey komm wir nicht den alten ausbilden wir nehmen den jungen ausbildeten aus der EU der ist erst noch günstiger die Mechanismen werden viel meiner Meinung noch extrem unterschätzt und es ist eine sehr marktwirtschaftliche Lösung also ich würde sagen nicht mal die Amerikaner haben so eine Freizügigkeit wie wir in Europa haben mit das müsst ihr lange schauen bei den Schellen eben Eldorado marktwirtschaftlichen harten Wettbewerb das ist auch noch ein gutes Argument das ist das positive das ist das was ich gesagt das positive dieser initiative ist dass sie die Probleme die wir seit 50 Jahren thematisieren wie Wohnungspreisen Dumpinglöhne Leute die gut ausbildet sind weil sie älter werden nicht mehr angestellt werden und durch günstige junge die eingelernt werden ersetzt werden das sind alles grosse gesellschaftliche Probleme die wir haben und mein Vorschlag ist packen wir es doch an miteinander das ist das was ich vorhin gemeint habe statt dass wir alles auf die Ausländer abstellen und auf Zuwanderung weil ich glaube nicht ganz dass das die goldige Lösung ist wenn wir die Grenzen dicht machen ich glaube nicht dass sich verbessert aber zu Lohenschutz oder direkte antworten ja ich habe gesagt es liegt auch auf der Hand dass Zuwanderung ein Faktor ist und Personenfreizügigkeit eben nicht nur Vorteile bringt und klar wenn ich in einem grossen unternehmen egoistisch als Manager denke dann würde ich auch sagen ich möchte eine grosse Auswahl haben also ich lieber nicht nur Schweizer aus dem potz sondern aus der ganzen EU auswählen und dann kann ich sowieso noch weniger Lohn zahlen also profitiere ich eigentlich nur aber ich finde wir Schweizer sollten wirklich auch für unsere Arbeitnehmer schauen und es ist sicher so dass Zuwanderung ein grosser Faktor ist in all die Themen natürlich ist nicht der einzige Faktor da gebe ich aber es ist sicher ein grosser Faktor ich meine dass Mietzinsen steigen dass die Verbauung zunimmt Sozialwerke belastet sind da spielt Zuwanderung natürlich überall massiv ich stell noch eine Frage es ist komplex also zum stichwort Lohnschutz der Gewerrschaftsbund hat das aufgebracht also Lohnschutz ist ja eigentlich eingeführt worden genau wegen der Personenfreizügigkeit und im Prinzip ist Gefahr da dass wenn die Initiative kommt dann die Dumping Löhne kommen weil der Lohnschutz gleichzeitig aufgehoben wird das wäre Kritisches Gegenüber der Richtung wo sie wollen gehen also es ist schon komplexer eigentlich also gerade der Arbeitnehmermann hat das Thema aufgebracht ich glaube ich sehe das definitiv anders und ich kenne viele Unternehmen die das anders sehen die sagen unser Milizsystem ist so viel wert und generell unsere direkte Demokratie viele im Ausland wären froh sie hätten wie mir und wie gesagt wir sagen ja gerade auch dass wir gegen die Entlassungsrente sind wir möchten unseren Arbeitnehmer Sorge tragen und wir sind auch für den Inländervorrag gewesen und wir finden auch wir nicht einfach auf die Strasse tun und ihnen noch eine Rente geben weil die Leute wollen arbeiten sie wollen nicht eine Rente bekommen mit 50 oder und da vertritt ich die Meinung dass wir ruhig für uns schauen wie das auch sehr viele andere Länder machen Schutz der eigenen Arbeitskräfte vielleicht ein Wort und dann geben wir noch mal ins Publikum Ja ich meine da gibt es einen Grundunterschied zwischen dir und mir Nienan ich muss jetzt gleich doch ein bisschen pointieren oder wir sehen die gleichen Probleme aber du sagst wie wir können gar nichts machen wir einfach an der Zuwanderung etwas ändern das ist aber nicht meine Ansicht das heisst ja quasi wir sind handlungsunfähig wir können nur Zuwanderung ändern und durch das verhindern ich meine ich teile ja die Ansichten vom Herrn also was sie gesagt haben da stimme ich ihnen inhaltlich in allem zu ich möchte aber ich möchte aber eigentlich das selber in die Hände nehmen und sagen wir zum Beispiel eine Initiative im Kanton Zürich gegen Dumping Löhne wo ist die SVP sie abgelehnt da kann ich nicht ganz ernst nehmen wenn ihr dann sagen die Dumping Löhne oder wir haben die Vorlage gehabt das war eine EVP Initiative also wir haben sie unterstützt also muss ich sagen dann müssen wir dann ein bisschen konsequent sein Jetzt haben wir da noch ein paar Parteien aber dann gehen wir vielleicht zum Publikum zurück zuerst gibt es da weitere Fragen jawohl also ich bin sehr enttäuscht über den Bundesrat Parteien und über die Verbände warum kämpft der Bundesrat nicht nimmt sich dem Dossier an wo der Schweizer seit zwei drei Jahren unter den Nägeln brennt und nicht bereit ist in Brüssel den Feint aufzunehmen mit guten Verhandlungsleuten das Dossier zu regeln weil es kann doch nicht sein dass das Dossier so zum Nachteil von einem Landwirten Kanada Australien Neuseeland die haben andere Abkommen und das muss möglich sein wir können ja denen sagen alle den ganzen Rest von allen anderen Themen vom Rahmenabkommen und ich möchte noch den Herrn Forer fragen ob er noch die 32 Seiten graues Papier gelesen hat dass wir ihn gar nicht ändern wollen aber das betrifft mich ich finde er hat keine Kraft das enttäuscht mich also die Frage ist dann Herr Forer richtig ja also jetzt sind wir beim Rahmenabkommen wenn ich es richtig verstanden habe also die 32 Seiten kann ich nicht auswendig also das gebe ich gern zu und wir haben da die Schwierigkeit dass wir sehr lange am Verhandeln sind und ich habe auch das Gefühl jetzt der Herr Gassi ist jetzt ein bisschen vermessen wenn ich da beurteile wie er es macht oder wie kann es von aussen den Eindruck haben macht es nicht so gut also da stimme ich Ihnen zu oder wir finden eigentlich auch wir müssten da Führerschein machen und wir müssten zu zu Grundlagen zu Verhandlungsgrundlagen kommen wo wir am Schluss nach Maul können in die Scheide fällen und an diesem Punkt sind wir einfach nicht aber vielleicht sprechen Sie mit dem ja auch etwas an Sie sehen mit England und Brexit da geht es auch überhaupt nicht Führerschein und es ist offenbar so dass man mit der EU einfach nicht zu viele Forderungen kann stellen man kann sagen wir machen den Schirm zu wir treten aus wir reden mit euch nicht mehr das kann man gut machen mit ihnen aber wenn man will einen gemeinsamen Weg gehen ist es ein härter Verhandlungspartner und da glaube ich halt einfach es ist blauäugig wenn man sagt ja in einem Jahr haben wir dann etwas anderes und sonst muss man es künden also da da gehe ich nicht ganz mit sondern würde eher Sie unterstützen und sagen ja es ist ein Problem die Verhandlungen mit der EU kommen zuerst leppend voran und sogar wenn man wie forscht wie Boris Johnson reingeht sogar dem bringt es nichts bei uns sind wir jetzt eher am abwiegeln die Engländer und der EU-Verhandlungsmacher die haben einfach keine Nachgebigkeit die wollen sie im Moment gar nicht finden aber vielleicht per Ende Jahr es geht nur nicht drei Jahre es geht jetzt erst auch erst noch nicht mal ein Jahr und Sie hoffen ja bis Ende Jahr Lösungen noch zu finden und warum ist Englund Austrater gerade wegen der gleichen Fragen weil wir eben ein Jahr wollen Gibt es da weitere Fragen aus dem Publikum dort hinten ein Herr mein Name ist Tau ich habe mit klaren die Kliniküdiebegrenzungsinitiativen habe bereits da schon abgestimmt möchte aber auch festhalten ich bin nicht SVP-Mitglied und ich bin mich auch nicht abgrenzt über die SVP aber für mich ist zwingend meine berufliche Erfahrung ich habe im Bankenbereitschaft in vier Jahren in Ausland in New York in London meine Erfahrung ist dass wir sich lösungsweit wert tendieren in den letzten 10-15 Jahren ganze Geschäftsfelder sind aufgegeben worden oder werden aufgegeben und letztendlich sehe ich auch für unsere Jungen dass es schwierig wird die Löhne zu halten den Eingang oder die Ausländer die in die Schweiz kommen die kommen ja aus einem Grund weil sie attraktive Jobs haben weil sie attraktive Lohnangebote haben ich will Ihnen zwei Sachen sehen die mir aufgefallen sind ich habe einen guten Freund bei der KPMG ich sage nicht welche Position aber die haben pro Jahr 20'000 bis 30'000 Dossierbewerbungen Schweiz was machen die einen Algorithmus als ich mich für meine Lehrstelle beworben habe in den 70'er Jahren habe ich fünf Dossier verschickt und ich habe hier positive Antworten bekommen wenn ich heute meine Jungen die jetzt im Alter sind sind für Lehrstelle oder für heute noch ein Junge irgendwo zu bewerben sieht das völlig anders aus ich sehe auch Sie sind Beamte wenn ich es richtig verstanden habe ja und Milizpolitiker wenn sie in der freien Wirtschaft schaffen ist es einfach ein bisschen anders dann müssen sie irgendwann ein Businessmodell haben das ihnen ein Einkommen generiert und wenn das wegbricht dann stehen sie nachher auf der Strasse und sind völlig bei der Frau der Büssel die 50-Jährigen in der Schweiz die sind tendenziell abzutür worden und dann sind sie aussortiert worden das ist jetzt mir nicht so gegangen aber ich habe genügend Erfahrung im Umfeld einen weiteren, sagen wir mal einen kleinen Hinweis ich komme aus der Ostschweiz ich habe Freunde, die bei der HSG arbeiten in irgendwelchen Funktionen da geht es um eine Sekretariatstelle Kalbtags können Sie sicher sein, dass das Griffe Deutsche hat? das müssen wir auch europäisch ausschreiben das ist einfach ein Irrsinn der hier abläuft und je mehr das wir von diesen Leuten in die Schweiz hineinholen die keine Ahnung haben in unserem föderalen System und wenn wir miteinander umgehen desto mehr von diesen Problemen haben wir hier und noch einen Aspekt den ich nicht sehe Bruttosozialprodukte sagen Sie, die sind in den letzten Jahren ziemlich stark gestiegen das war ja auch das Argument von der Frau Leuthard die sie noch im Amt gewesen ist die sagt, super, oder? ich schaue auf das pro Kopf und wenn Sie es pro Kopf anschauen ist das ein Desaster das geht südwärts und ich bin ganz klar der Meinung unabhängig, ob ich jetzt ja stimme für die Begrenzungsinitiative oder nein die Schweiz kann diesen Wohnstand nicht mehr halten wenn sie so vorwärten will wie sie jetzt werden für mich ist es unklar und vielleicht als persönliches Wort dass Sie das Verkehrsabkommen Sie haben sich ja als Befürworte für die Wirtschaft hier zu erkennen jetzt sind sehr wahrscheinlich die moderaten Grünen jetzt haben wir eineinhalb Milliarden gesprochen auf Berlin dass wir die Lufthansa unterstützen ich habe von Ihnen aber auch von der SVP nie gehört dass wir jetzt Druck aufgesetzt hätten für ein Luftverkehrsabkommen mit Deutschland wo irgendwo vernünftig wäre wenn wir noch etwas in den Händen haben dann machen wir es nicht und das innerviert mich bis zum Anschlag gut jetzt ist eine dicke Post das ist eine richtige Erfahrung wo es mir der Erkegenheit hat was entgegen also ich nehme ein paar Punkte auf von diesem interessanten Votum und das einfach ganz kurz etwas dazu sagen also einerseits haben wir an den Universitäten einen Kulturwandel man hat sehr lange jetzt immer russländisch ausgeschrieben das ist immer noch so für eine normale Assistentenstelle dreieinhalbtausend St. im Monat bewerben sich einmal 150 Leute aus allen Ländern weiterhin das ist einfach die Pflicht man muss es international ausschreiben aber man hat jetzt zum Beispiel bei den Professoren fängt man auch wieder an mit Hausberufungen wie man sagt wir haben dann so viel Know-how bei uns quasi generiert jetzt wollen wir das Know-how auch bei uns behalten da gibt es wieder einen Kulturwandel dann Luftverkehrsabkommen das ist ein frommer Wunsch die Deutschen sperren einfach und sie sperren wirklich also wenn es jetzt um die Anflugsroute und alles bei uns geht wir haben zur Zeit einfach keine Chance gut, wollen wir nicht zu lange über das reden weil das ist das Risikos-Zief da möchte ich nur einen halben Satz dazu sagen zu dieser Konkurrenz aus dem Ausland und dass man sich bewirbt mit tausend anderen und dass das eigentlich von dort her wirklich ja das ist natürlich jetzt das KPMG der Herr erwähnt hat das ist natürlich auch wir haben eine international sehr renommierte Firma ich glaube sehr andere kleinere Unternehmen und KMU aus dort sieht es ein bisschen anders aus und zum Teil haben wir auch auch in verschiedenen Bereichen Fachkräftemangel und dort holen wir dann auch die Leute vom Ausland übrigens auch die Frau Martullo holt ihre Leute in Deutschland und schreibt regelmässig in Deutschland aus ich meine wir möchten eigentlich nicht ihre Praxis verbieten mit der Begrenzung ich glaube ich ich will noch etwas sagen ich will noch etwas sagen ich will noch etwas sagen es ist ja eigentlich das Abkommen geht ja in beide Richtungen klar haben wir Bewerbungen aus dem Ausland aber auch die Schweizer die Schweizerinnen dürfen ja auch ins Ausland arbeiten es gilt ja auf beide Seiten ja bitte zum Beispiel der Herr Krebschmer der Ministerpräsident ist in Baden-Württemberg die erste Frage die er stellt der Schweizer Bobas Zürcher Kantonsregierung unter dem Bundesrat ist könnt ihr die Beschäftigung von unseren Leuten die von Süddeutschland in die Schweiz kommen weiter aufrechterhalten an dem ist er zentral interessiert Obergrünen spielt überhaupt keine Rolle er will die Leute in der Beschäftigung halten und wenn wir sagen wir können nichts machen also jetzt sprechen wir eineinhalb Milliarden Swiss ist Cash gekauft dem Lufthansa-Konzern ist ja nur ein Zwischen wir sind nicht dafür aber wir unternehmen nichts um diese Leute um diese deutschen Manager in der Schweiz irgendwann einmal den Spiegel vorzuhalten und ich sage natürlich das ist eben auch das was der Herr vorne geäussert hat wenn wir es noch könnten dem macht es der Bundesrat nicht Eleganzheit erweisen Druck und dem passiert drei Jahre nichts also Fafia Düssel wollte dazu sagen genau Fafia Düssel ich kann Ihnen da nur recht geben ich denke es ist wirklich so ich kenne auch Beispiele weil vorhin der Lehrstuhl noch erwähnt wurde wenn wir einen Deutschen auf dem Lehrstuhl haben dann schauen es natürlich auch bei den Assistenten dass sie die Deutschen in Ordnung ziehen das ist jetzt einfach so ich kenne X so Beispiele ist aber auch bei Italienern so und das machen alle ich kenne es einfach ein Beispiel das macht die Schweizer im Usland auch aus der EU und wir haben schlussendlich die höchsten Löhne da und wir haben die beste Lebensqualität und wie es gesagt wurde natürlich wollen sie vor allem die anderen hierher kommen und der Lohndruck dass der steigt das ist klar also heute ist es wirklich so dass man Dossiers von Bewerbern über nicht nur von der Schweiz von guten Fachkräften sondern von Deutschland von allen Ländern also Konkurrenz ist viel grösser wenn meine Kinder sich mal werden bewerben das ist ganz klar das ist ganz anders als damals als ich jung war das ist ein Fact Konkurrenz wird immer grösser dann müsste man aber von diesen Jobs vielleicht mal reden die die Schweizer nicht mehr machen wollen wir dürfen das nicht ausblenden jetzt reden wir von Spitzenjob mit guten Löhnen aber es ist ja auch ein Argument es gibt gewisse Jobs wo mehr als Schweizer ich sage es jetzt deutlich die Schade dafür sind das ist Krankenhaus das ist Strassenwischen das ist im Service das ist im Service Gemüse pflücken Gemüse pflücken wir brauchen doch also auch ein bisschen pointiert gesagt die Ausländer auch für diese Jobs wir müssen auch von diesen Jobs reden oder? Ja natürlich und da sagen wir auch gar nicht nein aber es ist ja so dass es übrigens auch viele Schweizer gibt die wirklich schauen dass noch irgendeinen Job bekommen und vielleicht auch froh werden sie könnten halt ein bisschen niedriger Qualifizierte nehmen es ist ja nicht so dass bei uns alles nur Topshop sind es gibt auch viele die wirklich auch arbeitslos werden in einem gewissen Alter über 50 und dann nachher halt auch schlechte Renten haben und dann würden sie auch mit einem anderen Job zufrieden sein und ich meine Tarmut ist leider auch in der Schweiz ein Fakt es sind nicht alle nur gut situiert in der Schweiz und ich finde einfach wir müssen auch wieder ein bisschen mehr für unsere Leute schauen wie das die anderen Länder auch machen Dann würde ich aber die SVP bitte die SVP einzuhalten also wir bleiben da bitte ich meine das sind Themen wo man dann sehr schnell kann einbringen aber keine Lösung hat davon noch weitere Fragen zur Begrenzungsinitiative Unklarheiten ja jawohl da hinten also mal eine Dame gerne gerne ja genau ich hätte die Frage an Herrn vorher ja und zwar und zwar und zwar und zwar Sie hat gesagt Sie haben Angst dass wir unsere Beziehung mit dem aufs Spiel setzen wenn wir diese Personenfehlzügigkeit aufkündigen möchten ja das haben Sie richtig gesehen ich finde das ist ein sehr falscher Ansatz und somit haben wir eigentlich gewissermassen Angst vor dem wir müssen doch mit einem Verhandlungspartner auch immer reden und wir sind Schweiz wir sind ein neutrales Land wir sind nicht wie Engeland Teil der EU und wir müssen doch die Möglichkeit haben auch unseren Standpunkt klarzumachen und sagen wenn wir eben etwas nicht mehr wollen es würde dann ja nicht aufgeworfen werden und wenn das Schweizer Volk jetzt entscheidet was ich hoffe dass sie ja zu dieser Begehungsinitiative möchten sagen dann ist es doch auch eigentlich wirklich unser Recht als neutrales Land als Nicht-EU-Land dass wir mit der EU darüber reden warum denken Sie dass das so gefährlich ist damit machen wir uns doch mit dem denken machen wir uns abhängig von der Meinung also selbstbewusst auftreten Frau Roth nein ich finde das ein gutes Statement das ist auch das was ich sofort bestätigen das ist das was die Initiative will die Initiative hat eigentlich den Subtext wir wollen nicht also die Bottom Line oder so wie man es will nennen wir wollen nicht nach den Pfeifen der EU tanzen oder das können Sie ja sagen wenn Sie da drin Ihre Selbstbewusstsein sehen dann will ich Ihnen das nicht nehmen dann will ich das niemandem nehmen die Meinung darf man haben ich muss mir von der EU nicht sagen lassen was ich habe da ganz ein anderes Verständnis ich will den Dialog mit der EU ich will verhandeln mit der EU ich will zusammen mit der EU das uns etwas bringt oder und wir sagen da relativ viel das ist es nicht bei den inländischen Themen ich will wenn wir zum Beispiel sagen es gibt Armut in der Schweiz dann bringen wir Grünen zusammen mit den Sozialdemokraten immer wieder Lösungen wo die SVP sagt nein wir wollen zum Teil unsere Sozialstaaten etwas stärken dass wir weniger Armut haben und dann ihr wollt ihn schwächen ihr wollt den Sozialstaatelement wegnehmen ihr kürzt bei den Sozialleistungen oder und da haben wir einfach unterschiedliche Ansichten aber ich glaube wir wollen unser Selbstbewusstsein besteht darin dass wir unsere inländischen Probleme als inländische Bevölkerung in die Hand nehmen und nicht einfach alles auf Zuwanderung abstellen weil wir können nichts dafür am Schluss wenn 50'000 einwandern dann müssen wir sagen okay jetzt sind die eingewandert jetzt können wir alle unsere Probleme wieder nicht lösen das glaube ich nicht also Nina das glaubst du auch nicht und ich glaube es ist gefährlich wenn man zu viele Probleme auf eine Ursache abstellt das ist gefährlich und man nimmt sich dann die Handlungsfähigkeit die politische und ich möchte die behalten und es gehört zu meinem Selbstbewusstsein dass ich handele dort wo ich ein Problem sehe und dass ich mit inländischen Lösungen inländische Probleme habe also das ist sicher so aber ich sage auch Zuwanderung ist ein wichtiger Faktor für die Probleme die wir heute benennt haben ich sage nicht das ist nur wegen der Zuwanderung aber es ist sehr ein wichtiger Faktor und was der Herr zum Beispiel gesagt hat wegen des Luftverkehrsabkommens das ist genau das Beispiel ich habe hier eine Anfrage zu einem Kantonsrat gemacht wo wir einfach wirklich wir setzen keinen Druck auf wir haben die Lufthansa unterstützt aber ich meine der Loiberg hat damals so schlecht verhandelt und jetzt in Deutschland schaut es uns auf was den Fluglärm anbelangt egal wie viel Geld das wir dort schieben die Schweiz geschaffen wie wir genannt wo die Stadt von Baden-Württemberg schaut es schon dass ihre Leute hierher kommen und ich denke es ist im Moment einseitig und es ist wirklich unser Recht dass wir auch wieder sagen wir möchten das selber in die Hand nehmen und eine Begrenzung einführen wir haben noch eine Frage wir haben noch eine Frage dann gleich wir haben noch eine Frage wir haben noch eine Frage das ist das ist halt so das nächste Frage muss auch Frau verhers machen Sie das Hauptargument der Gegenseite ist ja eigentlich dass Bezieher zu der EU tangiert werden können mal hypothetisch gesehen das wäre nicht der Fall wie würden sie denn die Initiativen bemessen und die andere Frage ist wie stehen sie generell zu der Einwanderung gibt es so etwas wie zu viel Einwanderung wenn ja wo hört es überhaupt auf 10 Millionen 15 Millionen und wenn es eine Obergrenze hat wie tut man das Problem eigentlich eindämmen wenn nicht durch eine Begrenzungsinitiative also ich fange gerade mit der letzten Frage an das ist eine gute Frage ich meine ich kann Ihnen natürlich nicht sagen wie viel Einwanderung das wir wollen das ist klar rein arithmetisch also mathematisch können wir ja nicht in einem Jahr die Bevölkerung der Schweiz verdoppeln also ich meine das ist jetzt also da kann ich Ihnen das nicht sagen aber grundsätzlich ist es so die Frage wo Sie mit der Einwanderung stellen und sagen ja wie viel Einwanderung wollen wir grünen oder wie viel Einwanderung wollen die anderen das ist eigentlich die Frage nach dem Wachstum wie viel Wachstum wollen wir und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich wie viel Wirtschaftswachstum wollen wir wie haben wir investiert wie müssen wir nachher wieder aus diesen Investitionen auch wieder Rendite ziehen können wir das ohne Wachstum machen und so weiter da kommen wir in einen Bereich wo wir sehr viele Fragen und das ist auch sehr komplex jetzt muss ich nochmal zurück zu Ihrer ersten Frage kommen können Sie es nochmal kurz sagen ja genau also mal angenommen Beziehungen zu der EU wären nicht tangiert in dem Sinne wie würden Sie die Dämpfe messen das sind ja auch wie schon gesagt solche Argumente unter denen Sie ja auch befürworten nein das habe ich schon gemacht ich habe gesagt sie haben gewisse Ängste zum Beispiel dass unsere Wohnungsmieten sie eruieren gewisse Probleme unsere Wohnungsmieten steigen und so weiter Dumpinglöhne Landschaftsschutz vielleicht sogar Klimaschutz das würde mich als grüner sehr freuen wenn sie da auch sagen ja mit immer mehr Einwanderung haben wir immer mehr CO2 oder irgendetwas dass sie diese Probleme sehen ich glaube einfach jetzt erstens mal ist es absolut hypothetisch wenn man sagt es würde Beziehungen zu der EU nicht tangieren aber ich lasse das mal gelten und mache das Experiment weiter und sage dann ändern sie nichts denn wir werden ja nachher die gleiche Zuwanderung haben einfach über Kontingente und dann weiss ich nicht wir haben ja die Zuwanderung eben wegen Arbeitsplätze und sie können ja nicht ein Gesetz machen wo sie noch Wartings verbieten Leute zu rekrutieren im Ausland das wäre ja dann das wäre ja dann eine ganz krasse Regulierung oder dass sie der Emschemie würden verbieten Leute zu rekrutieren im Ausland das wäre eine krasse Regulierung ich weiss auch nicht das ist schon ein Argument wir haben die Gesetzesgrundlage gar nicht ich glaube es gibt keine Änderung was die Zuwanderung anbelangt wenn man die Initiativen annimmt ja ich glaube Frau wir können uns schon etwas dazu sagen wie das praktikabel wäre also ich glaube bevor man ein Verbot ist wie gesagt gar nicht gedreht also wir sind sicher nicht so weit dass wir irgendwann einem Grossunternehmen vorschreiben wir dürfen niemanden mehr rekrutieren aus einem EU-Land das habe ich ja eigentlich immer versucht zu sagen aber weniger dann weniger das heißt für unsere Regulierung ja wie dann wer bestimmt das dann darf ich mal fragen wer das bestimmt ja das ist eben es ist mir ja wer ist mir wie gesagt zum Beispiel wenn wir in einem Sektor wie bei der Gesundheit beispielsweise in der Gesundheitsbranche da fehlen uns die Fachkräfte dann können wir zuerst mal probieren selber Leute auszubilden aber wer ist mehr wer ist mehr wie gesagt ja wer ist mehr unsere Regierung aber auch wir als Volk also ich meine das können wir als Volk jetzt mal bestimmen wie viele Leute wir wollen in welchem Sektor das tut mir jetzt ein wenig irreal wie gesagt wir haben unsere Regierung die ja nicht immer nur alles falsch macht zum Glück und dann haben wir ja auch unsere Unternehmen die natürlich mit der Regierung die ganze Zeit in Kontakt stehen unsere Grossunternehmen Bauern wo Leute brauchen zum ihre Rüebeln rauszuziehen ich sagte alle haben ja ihre Lobbys auch und die stehen ja mit der Regierungsvertretter auch im Kontakt und dann nachher sagt man zum Beispiel jetzt eben gerade in einer Branche da brauchen wir Leute und könnte vielleicht nicht mit nur einheimischen Fachkräften alle zusammen rekrutieren und dann kann man sagen dort braucht man beispielsweise Leute und an einem anderen Ort beispielsweise haben wir eher Ziele sonst vielleicht gesehen in der Finanzbranche da wird man natürlich auch überrannt von EU-Fachkräften die eben den Lohn drücken und dort bräuchte man gewisse Branchen in der Informatik und Medizin und Ingenieuren und so bräuchte man vielleicht eher Leute aus Drittstaaten aber Nina wir haben ja kein Abkommen auch mit den Drittstaaten haben wir kein Abkommen wo Branchenlösungen sind das haben wir nicht sondern wir haben Abkommen wo Staatenlösungen sind also wir können zum Beispiel aus dem asiatischen Raum so und so viele Leute dürfen zu uns kommen aber wir können nicht fragen ob die Coiffeur Serviceangestellte oder Manager sind das geht nicht aber man tut ja auch ein bisschen anschauen und zahlen also das stimmt also nicht ganz wir können ja genau messen in welchem Bereich braucht es wie viele Leute und wo zum Beispiel gibt es Ja das ist Wunschdenken doch das ist ja der Falle hat das so gemacht wurde wir können es nicht regulieren wir können es nicht regulieren wir können es nicht regulieren wir können nicht sagen wir brauchen jetzt alles Coiffeur aus Taiwan aber dann hast du ja sowieso schon resigniert in dem Fall dass wir gar nichts können nein das ist einfach jetzt nicht der Fall jetzt bräuchten wir jetzt bräuchten wir jetzt bräuchten wir ich darf es nicht fragen wer wie abstimmt wir sind da anonym unterwegs aber ich hätte doch gerne aber ich hätte doch gerne eine kritische Frage gerichtet an Frau Fejo Düssel finden wir jemanden jawohl in der vorderen Reihe sehr gut ich muss zuerst Herrn Stutzglaub danken er hat sehr viel gesagt was mir auch auf dem Herzen liegt ich möchte da noch ergänzen es geht nicht nur um die letzte Zahlung das ist im kollektiven Bewusstsein vermutlich bereits vergessen wir Schweizer haben bei der Rettung der Swissair Umfirmierung in Swiss haben wir 2.100 Millionen gezahlt und unsere Regierung verschenkt nachher für 600 Millionen an Deutschland jetzt wo kommt die kritische Frage Frau Fejo Düssel das ist der eine Punkt wo ich einfach noch sage die Summe ist weit grösser und das zweite das ist ja keine kritische Frage äh damit sie wohl absitzen nein nein ich stehe jetzt im Schock nein in Amerika habe ich irgendwann gehört die American Indian know the problems with immigration das Land ist einmal von Indianern die wissen wirklich was Immigrationsprobleme sind und die kritische Frage wie gehen sie um mit diesen falschen und schwachen Argumentationen von den Gegnern Ui da muss man sich merken das ist jetzt perfekt nein Entschuldigung jetzt wollen wir eine echt kritische Frage Frau Fejo Düssel also müssen Sie mich nicht einladen wenn Sie so eine Schwierigkeit haben also jawohl da haben wir einen Herr kritische Frage Frau Fejo Düssel Frau Fejo Düssel ich möchte Sie fragen angenommen Ihre Initiative wird angenommen wie werden Sie sich dafür einsetzen dass die Kontingente wo Sie ja wollen nachher einführen dass die Kontingente kleiner sind als die jetzige aktuelle Zuwanderung ja wie werden Sie das machen also ich denke das liegt ja auf der Hand also im Moment haben wir eine Zuwanderung eben von wie gesagt um die 50.000 manchmal sogar mehr im Jahr und man sieht wie die Infrastruktur darunter leidet und man sieht auch dass in gewissen Branchen wir wirklich zu viel haben zu viel Arbeit trefft wie auch der Herr gesagt hat zum Beispiel in gewissen Branchen da haben wir einfach so viele Bewerbungen dass wir am Schluss halt einfach jene nehmen die vielleicht gleich viele Zeugnisse haben oder Titel aber günstiger sind und die Idee ist einfach die dass natürlich die Wirtschaft immer Austausch ist mit unseren Regierungsvertretern wie sie das bis jetzt auch immer schon gewesen sind und dass wir dann einfach dann schauen wie das übrigens andere Länder auch machen also die meisten Länder machen das mit ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen und dann einfach sagen dort und dort brauchen wir wirklich weniger Leute dort müssen wir mehr mit Inländern versuchen den Gap zu decken und in gewissen Bereichen geht es nicht anders sind wir vielleicht wirklich noch auf gewisse ausländische Arbeitsplätze auch angewiesen aber dass wir es einfach selber regulieren können und so wie das auch gemacht wurde ist vor 2007 dort haben wir nämlich schon mal eine Begrenzung und dort hat das sehr gut funktioniert also praktikal wie es das die VW gesagt hat nein es ist einfach nicht es ist einfach nicht aufrichtig wenn man sagt man könne Kontingente nach Branchen machen das ist nie der Fall gewesen und wird auch nie der Fall sein das ist blauäugig und so können wir nicht argumentieren wir müssen Kontingente sind immer aus Drittstaaten und es können verschiedene Unternehmen anmelden wie viele Leute das braucht aber wir können nicht sagen es dürfen nur Elektrotechniker oder Robotiker oder so in die Schweiz das haben wir nie ist es zufrieden mit der Antwort oder haben Sie noch eine Nachfrage stellen ich würde mich fragen Frau Ofer was sie macht damit das Kontingent klein ist also sie macht ich wäre froh wenn ich mehr Möglichkeiten hätte ich bin jetzt halt nicht auf Bundesebene tätig oder noch nicht aber ich meine es ist so dass wir jeder hat es in der Hand und wir beispielsweise unsere Partei hat jetzt die Initiativen lanciert was schon ein sehr wichtiger Schritt ist Entschuldigung sie macht als Kantonsrätin oder sie macht ich verstehe ich verstehe es auch als wer als Privatperson als Privatperson oder wie sie macht was heisst nie sie sagen immer wir müssen dafür sorgen dass das Kontingent also es ist hauptsächlich unsere Regierung natürlich im Wert im Unterstel und am Schluss im Ausdruck mit der Unternehmen also die Unternehmensregierung haben wir eine Antwort bekommen jetzt haben wir hier noch eine Frage ja bitte also mein Name ist Michael Schollberger Grüezi miteinander an Ueli Heveli noch die Frage wie kann man das steuern ist sehr einfach genau gleich wie voran ich bin Personalchef gewesen in der Gastronomie in der Hotellerie und das stimmt einfach nicht was der Herr Vorher sagt dass es nicht branchenbezogen war ich habe genau gewusst wie viele ausländische Arbeitnehmer mit der Kurzaufenthaltsbewilligung für 3 Monate mit der Aufenthaltsbewilligung für 9 Monate haben dürfen bei uns arbeiten und das ist ja weiss Gott branchenbezogen und dann noch ein anderes Wort wie wie ist das von den Zahlen her jetzt haben wir innerhalb von 13 Jahren 1 Million 1 Million mehr bekommen wenn wir das jetzt zurückrechnen dann könnt ihr selber die Rechnung machen in welchem Jahr das die Schweiz null Einwanderer hatte oder null Bevölkerung es geht doch nicht an dass wir innerhalb von 13 Jahren 1 Million mehr Menschen haben das geht einfach nicht 1950 hat es in der Schweiz wahrscheinlich rund zwischen 5 und 6 Millionen Schweizer also Einwohner gehabt also die Rechnung ist ja sehr einfach und damals konnte man alles steuern seit 150 Jahren ungefähr arbeiten viele Ausländer in der Schweiz sie sind immer willkommen es hat immer auch Arbeit und man hat immer für die Zuwanderung eine Steuerung gehabt wieso soll man das nicht wieder einführen Herr Vohr wollen Sie etwas dazu sagen zu der Steuerung zu der Begrenzung Nein ich muss nichts dazu sagen ich habe glaube alles gesagt ich glaube nicht dass wir die Zuwanderung werden können so tiefer bringen als jetzt wir sind auf einem ganz tiefen Niveau ohne Kontingente und das zweite ist ich glaube nicht wo zum Beispiel auch in diesem Büchle angesprochen werden zum Beispiel auch ich nehme jetzt einen Punkt noch raus den ich eigentlich auch etwas komisch finde dann ist die Schweiz vor allem für Frauen wieder sicher wenn wir weniger Leute aus Europa haben ich glaube das einfach nicht das ist an den Haaren herbeizogen dieser Punkt und ich glaube sie tun viel zu viele Probleme dieser Zuwanderung zuzuordnen anstatt dass wir sie real im Alltag mit unseren politischen Instrumenten die wir da haben angehen und das ist ihr gutes Recht wenn sie die Sachen anders anschauen als wir mit ihren politischen Instrumenten die Sachen behandeln das ist unsere Demokratie wenn man aber alles über Zuwanderung behandeln will dann verschenkt man das wäre einfach ich glaube sie verständlich ich glaube jetzt sind wir uns ein bisschen im Preis trillen gibt es vielleicht noch eine ganz neue Frage noch jemand der etwas sagen will Sie haben es schon etwas gesagt jemand der noch nichts gesagt hat genau dann lassen wir das letzte Votum noch gelten lassen die letzte Frage von dem her mein Name ist Siegfried Roth ich bin ein alter Mann und schaue das Zeug aus der Vergangenheit an ich habe einfach als Unternehmer ich war ein Leben lang Unternehmer ich war ein Kleinunternehmer mit 25 Leuten und so weiter und später allein mit der Frau ich habe einfach gesehen die Frage die wir gehört haben oder die Situation dass die Schweizer die Arbeit nicht mehr machen gewisse Arbeiten das stimmt nicht das andere Problem ist dass alle Arbeiten wo Handarbeit miese Handarbeit ist und so weiter das wird heute von Leuten gemacht und man von 100 Stunden sieht dass sie nichts können nichts geklärt haben und dass sie einfach in die Schweiz gekommen sind und jetzt die Arbeit machen und das ist klar der Schweizer will sich nachher nicht nicht zu diesen Stellen der will besser dran sein als die die das machen und ich bin überzeugt wenn wir die nicht hätten die Binnenausländer die Schwarzen und Braunen und Gelen und alles was da ist dann wäre das sicher so dass wir mehr Schweizer hätten die auch solche Arbeiten machen würden Gut dann danke für das Schlussvotum mir bleibt noch zu sagen die Arbeit die wir haben ist die dass wir alle an die Turme gehen am 27. September auch wenn es etwas schwieriger ist mit Corona man kann schriftlich abstimmen und dazu durch sie auffordern können sie ihre Stimme abgeben und ich bedanke mich sehr herzlich dass sie heute hier gekommen sind herzlichen Dank danke Frau Moser für diese gekompte Moderation ich habe jetzt eine Hand nicht gegeben etwas merkwürdiges und verdanken danke vielmal ich bedanke mich sehr für die Einladung und dass sie sich Zeit genommen haben auch grüne Argumente zu dieser Initiative anzuhören das schätze ich sehr das schätze ich sehr ich danke Ihnen das schätze ich sehr ich danke Ihnen für den Einsatz für die Begrenzung für die Begrenzung für die Begrenzung und das schätze ich sehr gut ich danke auch ich danke auch euch allen und innen alle dass sie so zahlreich erschienen sind und für die angeregten Diskussionen und über das sehr sehr wichtige Thema und hoffen auch möglichst viele gehen an Turnen und gehen noch Leute motivieren und danken möchte ich auch Valerie Forster und auch natürlich Maia die das Ganze organisiert haben sehr gut und so viel Einsatz gezeigt haben und ich habe auch noch etwas krisen die ich euch gerne geben Valerie und Maia danke vielmal für diese Organisation Danke Bitteschön Applaus Ja jetzt gibt es ein Apéro gerade da hinten und wir hoffen natürlich dass noch möglichst viele bleiben können und noch anstossen oder etwas essen und dann gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere Diskussion Vielen Dank Applaus Vielen Dank Vielen Dank